Guten Morgen. Ich bin gleich. Ich starte noch vielleicht das Spiel. Ich schreibe gerade noch ein paar Texte, ein paar Anführungen, dass es vielleicht auch irgendjemand reinguckt. Ah, vielleicht gucken auch die Leute über die Twitch-Benachrichtigung rein, aber ich schreibe noch was auf Twitter. Beziehungsweise habe ich schon was geschrieben. Ich gehe gerade noch mal durch und dann schicke ich es ab. So, dann gehen wir mal kurz. Beziehungsweise kann ich auch ein bisschen labern, bevor wir mit dem Spielrecht loslegen. So, dann. So. Da habe ich noch was geschrieben und dann gehe ich mal. Jetzt Ansicht wechseln und dann können wir das auslegen. So, laden. So. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, was wir alles gemacht haben, weil mein Ohr juckt. Irgendwie sollte ich mir das Spiel anhören. Wir waren dabei, die Dings, das eine Ding zu bauen, das wir als Vorstuhl für die Bretter zu machen. Genau, hier, das hier. Hier steht für Arbeiter. Ah, irgendwie ist es mit dem Ohr, wo es kratzt, jetzt hat er hier einen Kopf aber nicht gut. Dann tue ich den mal raus. Vielleicht mal nur einseitig. Sobald müssen wir auch erweitern. Jetzt bauen wir es jetzt. Bauen wir es jetzt. Okay. Schon bauen? Also bauen finde ich etwas... Wann weit wird die Richtung? So, dahin. Denk ich mal. Welche Seite ist vorne? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal so hin. Ah, es sieht nach vorne aus. Und der Motor ist hinten in dem. Natürlich glaube ich nicht. Okay, jetzt nicht mehr. Der Motor steckt irgendwie im Zaun schon drin. Okay, dann interagieren. Hier können wir Holzblätter machen. Genau. Und Schieferstein können wir hier machen. Oh, äh, Stein. Äh, Schiefer meine ich. Wir haben keine Holzblätter mehr. Also jetzt können wir nur noch Ressourcen sammeln. Und 20... Ne, warten wir jetzt 20 Sekunden gerade noch ab. So, wir brauchen mehr Steinziegel. Und dann können wir los mit... Wir brauchen Holz. Das sagt krass. Mach kein Holz. Das war nur Holzblätter. Oder wenig Holz. Jagddon. War nur Holzblätter. Oh, ganz entspannt mal ein bisschen. Das sagt krass alles. Was ist das hier? Gar noch. Naja. Die muss ich so einsammeln. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wird brauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wird brauchen. Gut geschlafen oder wieder viel zu früh wach geworden. So, äh, ich wollte wie viel Holz ich eigentlich nicht brauche. Also, es schadet sicher nicht, wenn ich ein bisschen mehr einsammle, aber, äh, Holz hab ich, Pracht hab ich und Handbuch für den Hühnenunterstützungen. Wie viel Holz bräuchte ich da? 40. Ah, ist ein bisschen weit weg. Gelber Lavendel. Weiß ich nicht, ob der Holz bringt, hier nochmal. Ne. Ich kann natürlich auch einen Baum umhauen, aber wie gesagt, Räume soll man hier vielteils unhöflich. Brotholz. Okay, besseres Werkzeug. Wurden wir vorher, äh, vorhin ausführlich gewarnt, dass wir keine Bäume umhauen sollen. Oder, beziehungsweise, nur sehr drücker als Bäume umhauen sollen. Soll ich es mal nicht machen. Ich bin ja ein guter Blöder. Bin jetzt soweit gut. Ne, heute mal etwas besser geschlafen. Auch bei dir auch alles gut. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich hab auch, äh, heute mal recht gut geschlafen. Also die Nacht davor, ich möchte nicht sagen schlecht geschlafen. Aber ich hab halt bis, äh, 2 Uhr, äh, ungefähr Phasmo gespielt. Und dann, äh, war ich schon um 7 wach. Und dann hab ich halt nochmal geschlafen. Und das war nicht so mein ganz normaler Schlafrhythmus. Heute ging es eigentlich. Also heute war ich normal ins Bett gegangen. Und dann halt so gegen 5 wach geworden. Was auch jetzt eine normale Zeit für mich ist. Wobei ich nicht immer um 5 Uhr wach werde, aber... In Sommermonaten häufiger. Ich bin natürlich auch mal Holzschrott, äh, hier. Ne, das... Kann ich nicht. Ich muss meine, äh, Dings, meine... Axt natürlich auch mal aufbessern. Weil die kostet so viel, die Axt aufzubessern. So, inzwischen können wir auch. Holzschrott sammeln. Na, was steht hier? Können wir auch noch nicht wahrscheinlich erfahren, Totholz. Ach, der steht, ist sowohl auch rot. Ne, ich kann auch auf das sowohl achten. Was ich nicht ganz verstehe, warum Holzfeste nicht gleich Blätter und sowas geben, sondern man sie erst recyceln muss. Ich kann wahrscheinlich Nägel rausziehen oder sowas. wöch sviert werden, sondern wir stehen im Zieg zu. Schmerzen Sie stets auf dem Zieg. Ich bin an, Regenstrecke und fuß. Ok, event geht. Wöch, das ist nicht wirklich... Glusivl, die Ziegler. Oh, du bist da. Entschuldige, dass ich dich anschreie. Gut, dass du nicht so nachmachen wirst, ja. Hey, du bist schwerer als du schaust. Wenn nicht für dich, dann hätte der Wobber mich in gefangen. Hey, hast du noch nicht viel Sandfisch gemacht und dir selbst? Gibt es dir alles, du kämpfst gegen die Natur, du wirst nicht sicher wissen, wer auf der Seite kommt. Falls du es noch nicht wusste, das ist genau mein Ding. Du bist ein Stadtenfisch, nicht wahr? Nun, jetzt bist du keine Angst vor der freien Natur zu haben, hörst du? Das ist ein ganzes Dessert da draußen, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Und jede Menge Sandfische, die nur darauf warten, gefangen zu werden. Hier sind ein paar Dinge, die dich anfangen. Don't worry about hitting me back. Ich habe viel mehr, woher das kommt. Hier sind ein paar Dinge, die dir den Anfang erleichtern werden. Mach dir keine Sorge, ich habe noch viel mehr davon, wo das herkommt. Well, ich hätte besser gehen können und herausfinden, was mit meinem alten Mann passiert, bevor er mich findet und mit meinem verdammten Hör aufhört. So lange. gottaeh... ey Kupfer. Wie stimmt das? Ja, ich will ja... Kupfer interessiert mich grad nicht. Und jetzt hier feste. Okay, das ist aber nicht, was wir abhauen können. Hinten haben wir auch noch irgendeinen Frauen dabei, aber ich komme gar nicht vor, hier so weit vorne. Okay, und irgendwas greift uns an. Ein Knallhohn. Habe ich jetzt ein Holzstück vor dem Knallhohn gekriegt? Ich glaube ja. Noch ein Knallhohn. Na, nicht genügend Ausdauer, okay, unsere Ausdauer ist schon kaputt, da müssen wir zurück. Wir können keinen Schwert mehr schwingen. Ich habe glaube ich auch nicht als Nahrung einstecken, was ich jetzt zum, ich wieder, weil der Tag ist auch jetzt schon fast wieder rum. Irgendwie ist der Tag nicht schnell gegangen. Niederverwärter. Dann machen wir nochmal Holzspot rein. Mal auffüllen. Dann... Na, wie viel Holz haben wir denn? Wie? Holzspot, das können wir 6 herstellen. Äh, ach, da muss man auch nochmal Treibstoff rein. Wird sein, dann... Wir haben wieder Samstag. Können wir nochmal in dem Dings gucken. Jetzt was haben wir, was wir machen können in dem... ...und ich... Okay. Na, komm. Hier wollte ich reingucken. Noch ein bisschen Fehler suche, ob wir die machen können jetzt inzwischen. Oder ob das wieder alles überall... äh, alles mindestens zwei Sterne... Ne, Fehler suche können wir noch nicht machen. Wir können natürlich nochmal einen Auftrag annehmen. Leder... Ähm... Zeit für Kertigsteigung, 9 Uhr. Gut, da sind wir, äh... Zeit für Kertigsteig... drei tage oder kursstangen oder glas ich glaube kursstangen habe ich sogar noch da nehmen die man kann ja immer noch ein nur einen annehmen so dann jetzt erst mal zurück ins bett irgendwann muss ich das haus mal gemütlich aussehend einrichten dieser stuhl da gepässt aufwachen ja genau sieht alles ein bisschen heruntergekommen und klein aus aber das hat nie tegepriorität und ja ich bin wieder ich bin es wieder so deine ma hat dich bereits ersetzt ich schätze sie hat es satt auch darauf zu warten dass du nach hause kommst und hat stattdessen eine klügere schönere freundliche version von dir gefunden ich war gestern sogar bei ihr zuhause sie hat eine riesige mahlzeit für alle gekocht während des abends erzählt sie geschichten aus unserer jugend ein bisschen feinlich wenn ich ehrlich bin aber es hat mich trotzdem zum lachen gebracht erinnert mich aber erinnert mich aber immer wieder daran wie du gegangen bist ich meine nicht dass ich traurig wäre oder so ich vermisse nur irgendwie unsere dummen ab erinnerst du dich an den baum auf den wir geklettert sind als wir jung waren aus dem du gefallen bist und alle sich um dich gekümmert haben ich erinnere mich dass du eine ganze woche in der schule gefehlen musst dass ich war so neidisch wie auch immer es ist ja luo hat es irgendwie geschafft es wieder zu beleben es hat angefangen es hat angefangen so zu blühen und so er hat in der letzter zeit ein paar nachforschung angestellt die toten bäume wieder zum leben erweckt ich schicke ein foto davon das ist wirklich toll du würdest es aber nicht verstehen also bleibt nur einfach bei deinem gebäude ok wo es eine tote dinge wie behandelt sendt wirklich wird wieder gesiezt unsere freundin siehst uns ja generell siehst manchmal übersetzungen besonders ich habe gehört dass es früher eine oase war aber dann hat die wüstbildung alles getötet und sandstürme und dürre mich mit sich gebracht das ist wirklich super interessant wie es passiert ist genau ich hoffe du wirst nicht von sandstürmen weggeweht ich kenne dich du kannst dich auf keinen fall verstecken wenn sie kommen ok ich werde dir etwas sagen aber du musst versprechen dass du nicht lachen wirst ich habe neulich stricken gelernt ich weiß was du denkst aber nein ich bin eigentlich ziemlich gut darin meine ma hat mir beigebracht übrigens hat sie mir gesagt ich soll dir sagen du sollst das t-shirt tragen dass sie ihr gemacht hat wie auch immer ich habe dir einen schaden geschickt den ich gemacht habe du musst es du musst es tragen wenn dann immer das wind oder so gibt dass du kannst es um den kopf wickeln und wie ein wie die dieser dummen cartoon aus den aus der alten welt die du früher gesehen hast richtig meine hände fangen jetzt an zu schnell schmerzen also werde ich aufhören zu schreiben vermisse mich nicht zu sehr deine freundin für immer nia so dann nehmen wir den schal und ein geschicktes foto können wir mal fotos gucken das ist das foto ok und dann den schal mal gucken wie der aussieht wo ist der denn ne da nicht bei SSW ist wahrscheinlich hier so ja den halten wir auch an ich finde der steht uns vielleicht natürlich unseren bart etwas so dann einmal einsammeln hier einsammeln hier einsammeln hier können wir noch mal neues holz in auftrag geben hier kuperstangen können wir herstellen da fällt mir ein wobei ich den kuper vielleicht abliefern und hier haben wir noch mal holzschrutt machen wir den holzschrutt erstmal und hier geben wir jetzt fangen wir jetzt mal an mit der bühnenunterschützung holzschrutt haben wir holzschrutt haben wir äh steinschiefer fehlt uns noch dafür haben wir die dingsee waren wir schon genug für steinschiefer äh jetzt hab ich hier natürlich den ok wir haben genug aber wir müssen warten bis das die bretter relativ sind in zehn sekunden hm äh er äh große stangen haben wir äh steinschiefer haben wir noch nicht ok steinschiefer ist das einzige was fehlt können wir hier überlegen was wir äh wie viel kuperdings haben wir denn noch also erstmal missionen waren ok hier haben wir auch noch andere missionen die wir entledigen könnten mit dem mit dem mittwochs und freitags geöffnet ich muss sicher froh sein ok pen muss ich da zurück zu pen gehen und die haben wir schon alle 12 und 7 also wir müssten dann die finden der pen können wir besuchen den wir haben glaube ich nicht mittwoch ich kann aber grad mal gucken welchen tag wir haben ansonsten die finden und die andere beiden finden einfach nur welchen tag haben wir sonntag sonntag ist nicht mittwoch so bestimmt ja wir haben wir gestern bei dem kontrollieren ob wir inzwischen die vergleichsigen so ich gehe mal hier lang und nachher die pferde reiten kann so wir haben auf jeden fall eine person die draußen rum läuft den oh hallöchen handwerker sieht aus als hättest du deinen ersten sandstorm überlebt ha ha der sturm hat ich meinen salonen aber ziemlich äh ganz schön zugesetzt zusätzlich zur bühne hast du es wahrscheinlich nicht gemerkt hier fehlt etwas was wichtig ist der mondstein über dem salon nehme ich mal an Wasser fehlt natürlich auch aber äh enter ja ich habe lehrter zurück ja bingo der stadtbild von sandrock ist ohne es einfach nicht dasselbe ich bin immer noch damit beschäftigt hier alles zusammenzusetzen also habe ich äh gehofft du könntest äh könntest das für mich finden und zurückbringen und wenn es äh komplett kaputt ist mir äh mir ein neues bauen aber lass es äh kann es nicht direkt aufgeben ich habe es ja schon glaube ich gesehen der sandsturm äh ging hauptsächlich in richtung jacken range kannst du mir helfen es zu finden ja mache ich mit äh enter genau nicht lehrtaste ich brauche es bitte auch äh für mich äh mein saloon ist ohne es äh ohne einfach nicht dasselbe okay das war ein neuer auftrag das ist auch neuer auftrag weil hier ein ausruhzeichen sind ausruhzeichen sind ja neue hier ja sicher ist ich hätte gerne eine schickere flugmaschine der alten welt aber sie ist befestigt okay die gehen ja alle zum gottesdienst eigentlich auch hinsetzen mhm good day to you builder i was just looking for you okay i came by to ask you to fill out a survey it's something the church gives to all newcomers very standard procedure care to take a moment to fill it out Ja, während dem Gottesdienst, ja. Wunderbar. Erst Frage. Wie oft folgen Sie die Regeln? Mhm, ich sehe. Was sind Ihre Opinionen über Banditen? Mhm, I see. Und finally, was sind Ihre Gefühle gegen Wasserwastung? Alright then, let me just run the numbers here and I have a feeling you're going to fit right in here at Sandrock. Your personality type is do-gooder. Since that's the case, I'm sure you'll take no issue in helping out the church a bit. Right now! So, the short of it is, there's some sand on the plants and flowers in our Temple Garden. If you could go clean that up for us, that'd be great! Well, thanks in advance! And may the light follow you always! Oh, by the way, you'll need a feather duster to clean up the plants. You do have a feather duster, don't you? They're all the rage these days! Übrigens, du brauchst einen Staubfeder, um die Pflanzen zu säubern. Du hast doch einen Staubfeder, oder? Die sind heutzutage der letzte Schrei. Nee, haben wir nicht, aber die müssen wir wahrscheinlich herstellen. Das ist die andere. Ich bin auch komfortabel, wenn hier alle beieinander sind. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Und du und Mian seid ihr eh die einzig wahre, das einzig wahre, ähm, ja, genau. Level 10. Abgeschlossen, na gut, und jetzt hier den noch. Äh, hm, brauchst du etwas, Spaghettiarm? Oh, stimmt, die Plakate. Hat er vergessen, dass wir die Plakatebüten aufhängen sollten? Ähm, gut gemacht, Spaghettiarm. Du hast ein weiterer guter Tatversandvertrag getan. Ähm, mit diesen Postern werden doch noch mehr Menschen auf diesen Banditen aufmerksam. So nötig. So. Den. Ah ja. Hallo Maudariant. Er ist ja eh mal früh wach. Ja, wie geht's dir denn? Aber, ja, wenn man schon wach ist, aber ich stehe meistens früh auf. Gestern mal nicht, aber, gestern hatte ich auch bis 2 Uhr äh, die Fasen oder so gespielt und dann war ich ein bisschen so, äh, war ich ein bisschen müde danach und dann hab ich halt wirklich mal bis halb zwölf gestartet und normalerweise äh, wir sollen, jetzt bin ich gerade aus dem Konzepthaus, was sollen wir denn machen? Ich wollte auf die Karte gucken. Ach ja. Diese dunkle Seizmohn, das hatten wir ja schon entdeckt, da müssen wir ja noch mal hinlaufen. Ich bin echt müde. Okay. Äh, dann erst mal Kaffee machen. Kaffee ist immer was Gutes. Da fällt mir ein, mein Kaffee ist jetzt schon etwas kalt. Vielleicht soll ich die mal leer trinken und einen neuen holen. Ich möchte auch noch einen zweiten Kaffee. Da kann man ja noch mal ein bisschen zurücklehnen und ich hoffe, du hast heute frei. Da ist eine Kiste oben. Wie komme ich an die dran? So, ein Schwert oder ein Steindolch und dann die Axt noch, um die Wiesker abzubauen. den Steindolch können wir direkt ne, da war der Händler. Ich glaube nicht, dass wir den behalten wollen. Steindolch Wohl Angriffsgeschwindigkeit flink, hoher Angriff schaden. Der ist besser als die Waffe, die wir haben. Also, wir kaufen nicht den, sondern wir kaufen die Dings-Waffe. erst mal. Gibt es Leute, die heute keinen Kundenkack haben? Ja, es gibt Leute, die keinen Kundenkack haben. Es gibt noch Leute, die Samstag arbeiten oder so. Ah, es ist leider Realität, aber ja. Was machen wir die mal? Ne, nicht auf das, auf das möchte ich sagen. Das mal umsortieren. Gucken wir, ob das richtig liegt. Hier, 31 bis 36 Schaden. Bin ich Stufe 4. Ne, das ist, hatte ich gerade eben falsch geguckt, aber war das nicht der Steindolch? Aber der sieht trotzdem besser aus, weil er hat Angriffsgeschwindigkeit flink und der hat hier langsam. Nehmen wir mal die Steindolche. Ich behalte nochmal die alte Waffe. Oder? Ne, ich verkaufe sie. Verkaufen. Rechtskrieg. Bestätigen. Bestätigt. Okay. Kaufen. Okay, das ist ein besserer Steindolch. Von dem werde ich mir jetzt nicht kaufen, deswegen. bei 160 ist mir momentan ein bisschen zu könnte man machen, mache ich aber nicht. Weil dann ist nicht einfach das Geld wieder weg. Momentan habe ich noch nicht die zuverlässige Geldbälle außer Aufträge zu erledigen. Die dicken sichere Rohstoffe abbauen haben wir bisher noch nicht so viel Macht, was ich da sagen würde, das mache ich jetzt um Geld zu verdienen. Da sind sie doch wieder. Können wir auch mal die Waffe testen. Weil die greifen uns nicht hier an. Was ist das? Ah, komm. habe ich hier noch kein kampf der so krass war dass ich mir die sammeln jetzt können wir es auch sammeln ok noch kein kampf der so krass war dass wir dieses ausweichen hiermit verwendet haben ich sehe wieder links zurück oder müssen wir nur das teil abrufen da müssen wir rein wo ist der punkt oder müssen wir hier bei der bühne das machen da oben müssen wir rauf bestätigt bestätigt da hätten wir das wieder das ist toll es ist wieder ganz vielen dank haben wir wieder ein bisschen geld und ein bisschen erfahrung und wir haben glaube ich keine aufträge mehr auf der karte das heißt wir können einerseits hier wieder rein gehen und einen neuen aufdruck annehmen und hier Müll einsammeln ja immer schön Müll einsammeln weil die Leute hier den Müll einfach fallen lassen in der Stadt so äh was machen wir denn Bronze 2 Sterne können wir das eigentlich machen 3 Tage für Bronze 3 Tage für Bronze mom ich würde sagen wir machen Prof Hadi Mad ist ein bisschen Bronze hört sich ein bisschen herausfordernder an aber ja Weil wir können, glaube ich, dann auch sowieso mit Bühnenunterstützung haben wir Holzbretter, das hört sich nach was an. Kann ich aber nicht annehmen wegen... Ja, genau, ich kann immer noch einen, nur einen. Und muss ich hier einen Dingswedel, Staubwedel kaufen? Bestätigt, in einen Auftrag. Weil Missionen haben wir da noch übrig, obwohl wir keine Punkte mehr auf der Karte haben. Vielleicht kann man gerade gucken, welche Missionen... Wir haben schon 19 Uhr, schon wieder die Tag, aber auch schnell rum. Missionen. Die Schuhe muss weitergehen, da haben wir noch das Ding zu bauen. Geht wirklich besser. Sofortiges Karma. Staubwedel herstellen. Ein Staubwedel und Dings. Bronze Stangen. Bronze Stangen sind... Vielleicht wird es dann mit das, was er beißt, wahrscheinlich anspruchsvoll zu machen. So. Was hat hier noch gefehlt? Schiefe Steine. Wollen wir gerade mal einsammeln. Aufnehmen. Dann können wir wieder dahin zurückgehen. Und unsere Hauptmission abschließen. Bestätigt. Dann bestätigt er jetzt. So. Fancy seeing you here. Since we're both finished, let's put the stage back in business. Tadda! Das sieht toll aus! Weißt du was? Es fühlt sich so schön, mit einem wirklich guten Builder wie du arbeiten. Ich kann nicht mehr Projekte warten. Weißt du was? Es ist schön, mit einem wirklich guten Handwerker bei dir zu arbeiten. Ich freue mich schon auf weitere Projekte. Well, I guess we're done. All that's left to do is inform our good minister Matilda of our good deed. Tja, das wär's dann wohl. Jetzt müssen wir nur noch unsere gute Pastorin Matilda über unsere gute Tat informieren. Anyway, do you mind doing the honors and telling her we finished? I've gotten really behind on my commissions. Thanks! Könntest du ihr die Ehre erweisen und ihr sagen, dass wir fertig sind? Ich bin mit meinen Aufträgen wirklich im Verzug. Danke! Ja. Ja. Okay, äh... Guten Morgen, Tischstiger aka Papa Tiki aka Tiki the Chick aka Tiki make a quickie. Okay, ja. Wolltest du auch mal vorlesen. Man kann, äh... Könnte nachts auch schlafen, oder? Ja, man kann auch nachts schlafen. Aber ich bin seit fünf Jahren oder so wach, oder fünf Jahren oder so wach, oder fünf Jahren oder so wach. Aber dafür war ich jetzt, äh, gestern nicht so lange wach. Ach, Matilda. Ihr habt die Bühne neu gebaut. Na, seid ihr weiter, denn ich schätze. Das war schnell. Ich, ähm, im Namen aller in Sandrock, die dir eine gute Party zu schätzen wissen. Vielen Dank für eure Dienste. Hm, hm. Hm. Da es Eilig, äh, hat, aus der Stadt zu kommen, lass uns eine Abschiedsfeier morgen früh veranstalten. Ich bin sicher, dass ich alle zusammenkriege, sogar so kurzfristig. Das wirst du nicht verpassen, äh, das wirst du nicht verpassen, oder? Ja, werden wir nicht verpassen. Äh. Könnte noch schlafen, oder? Ja, gut. Äh. Danke. Äh. Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Nach dem Sandmännchen? Ja, ja. Keiner Tiki. Ja, äh, den Tag davor war ich bis zwei Uhr fast vor Spielen. Und, ja. Aber gestern Abend haben wir, äh, Nickelodeon, Car Tracer, hat noch Offstream gespielt und, äh, Dings und, äh, Barbecue Simulator. Und dann ging's, äh, irgendwann ins Bett, wo ging. Elf oder so. Das ist großartig. See you tomorrow, then. Das ist großartig. Wir sehen uns dann morgen. So, wir haben neue Kleidung und wir haben einen neuen Ruf. Und wir können mal dran denken, hier gibt es wohl, äh, Sonntagabend ist immer eine Veranstaltung, äh, Versammlung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Punkte kriegt, wenn wir da hingehen. Den Barbecue Simulator. Ja. Nehmen wir rechtzeitig eine Feierteile. Na gut, das können wir machen. Aber ich will jetzt nochmal gucken, dass wir... Bronze. Zehn Stück können wir herstellen. Toll, dass wir alle Ressourcen dazu haben. Das war so meine Befürchtung, dass wir noch mehr Zinnerz brauchen, aber inzwischen haben wir ja so ein bisschen Zinnerz in der Miel gesammelt. Dann ist nur eine Frage zur Zeit, bis wir das fertig haben. Staub. Missionen nochmal durchgucken. Wir können jetzt gerade, ist wahrscheinlich das Beste, schlafen zu gehen. Auftrag haben wir erledigt, den Staubwedel. Können wir nochmal gucken, was wir da brauchen. Sag mal, ich schließe... Ab und zu auch mal jemand... Schlafen ist überwörtlich. Ja, finde ich auch. Hier Staubwedel. Was brauche ich dazu? Habe ich alles? Herstellen. So, den Staubwedel haben wir auch. Und dann... Können wir nochmal... Ach ja, wir können nochmal nach der Kleidung gucken, die wir haben. Gut, haben wir immer noch den einen, nur noch hier haben wir noch ein anderes Hemd. Mal gucken. Ich glaube, das gefällt mir besser. Rosa haben wir nur noch eine. Wir haben inzwischen die Schuhe. Ich sehe keinen großen Unterschied. Außer die Stumpe. Fähigkeitsstärke plus 5. Achte mal. Kann man auf die Werte achten. Also der ist auch besser. Ja, ist natürlich zwar mal kein Zweiten. Wobei ich eher auf das... Also ich würde ja die Schuhe ziemlich ähnlich aussehen. Nehmen wir die Schuhe. Aber ich würde eher auf das Aussehen, als auf die Fähigkeitspunkte achten. Und dann... Denken, pappet die wieder durcheinander bei... In manchen... In manchen Zeiten... Mit der Mogik. Ja, genau. Hm. So. Halter Kaffee. Ich nehme noch den letzten Schluck und dann hole ich mir jetzt einen Frischen. Dann hole ich mir mal einen kurzen, frischen Kaffee. In halben Minuten gehe ich wieder ab. Und... Dann hole ich mir mal einen kurzen, Schuhe. Und dann hole ich mir jetzt das Wasser. Und dann hole ich dich noch an. Und ich trache, ich darf mich mir mal an. Und wenn man nicht so gut ist, dann hole ich mir jetzt auch ein bisschen raus. Oke ich habe mir jetzt ruhig, wie ich jetzt hinbekommen. Ich nehme mich mal die Schuhe! Und dann hole ich mich. Also bin ich bei mir immer noch... Ich habe mich, dass ich, jetzt... Ich gebe mich mal bei mir... Ich danke dir. howdy frischer kaffee und habe es geschafft in der zeit 42 kunden ok misst aber ich hätte mich ins bett legen sollen bevor ich ich glaube ich habe jetzt nicht auf die uhr guckt aber ich glaube wir haben es gerade so geschafft und mit der dacht ich hätte hier erstens wirklich sollen und dann die kaffee holen das wäre klüger gewesen aber wir haben es geschafft und wir haben noch einen fähigkeitspunkt was besser wir denn auch ich glaube ich würde hierin gehen stein gucke steigen wir uns erfahre beim sammeln von bergbau wissen um 10 prozent erhöhen stetig gar nicht aufgefallen dass wir den punkt haben wenn man schraube sachen um die zeit naja ich ja vor allem nicht vor dem zweiten kaffee mit einem kaffee kann man ja nicht überleben so jetzt können wir den staubbid verwenden ich weiß es gerade nicht ich weiß ich glaube ja das neu ich glaube den gab es wieder in der demo noch im machte jetzt ein paar words mason Es scheint, dass unsere liebe Mason mit Emotionen überrascht ist. Kommt mal, Leute, lass uns jetzt ein Toast-Tab zu Mason und zu neuen Beginnungen für das Zukunft Sandrock. So. Wollen wir mit irgendjemand reden von hier? Nee, wir müssen einfach nur... Bei den Sternen. Dein Vater hat da oben wie ein Warnsinger zupfen und simpern zu sehen. Naja, es erinnert mich an damals. Du kannst ähm, äh, äh... mit Mr. Red. Äh, äh... Wie will ich... Ja, ich glaube, ich hätte keinen Schraubel. Also im Vorgang gab es den nicht. Ja, meine ich auch. Wie findest du es bis jetzt? Ich finde es bisher super. Also mir macht es Spaß. Mir macht es richtig Spaß. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt nicht frühmorgens spielen. Und wenn ich höre that whistle, love, äh... Ich war da gerade eben, äh... Schwarzenegger? Ja, das ist der... der die Bergbauabteilung leitet. Äh... Beziehungsweise die, äh... Bergungsgesellschaft. Hier machen wir ja kein Bergbau. Wir machen hier die Ruinen erforschen. Beziehungsweise ist ja so eine Mischung aus... Ja, ich nenn's trotzdem Bergbau. Ähm... Mit, äh, mir... Ja, ja. It ain't fair, Ma. You and Puck get to pursue y'alls' leisers and do whatever y'all want. When's it my turn? Es ist nicht fair. Du und Paar können gemächlich sein und machen, was ihr wollt. Dann bin ich dran. Now, Elsie, dear, you've still got some growing up to do. I reckon once you show a bit of maturity, like your friend Nian here, mayhaps we could do to ease off the rains a bit. Nun, Elsie, du musst immer noch erwachsen werden. Ich denke, wenn du etwas reifer bist, wie deine Freundin Nian hier, könnten wir die Zügel ein bisschen abgeben. Oh, I... Äh... Oh, ich, äh... Ma, Mi-An ain't no more mature than me. That would be because she put in Pa's drummatchel the other day was her idea. W-What? That's because I lost that bed to you. Ah, okay, ja. Wette. Wettschuldens. Wettschuldens und Ehrenschulden. Was? Das, äh, war, weil... Äh, diese Wette gegen... Äh... Weil ich diese Wette gegen dich verloren habe. Okay. Naja, wir gehen ja hoch. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier hinten nochmal anzusprechen. Ach, da unten hat es auch noch irgendwas, was wir den Auftrag erledigen können. Beziehungsweise der nächste Hauptauftrag. So, wo geht's denn hier am besten hoch? Ach, klack. Hier geht's hoch. So, mal gucken, wie geht's mit dem Staubbädeln. Okay, die trainieren. Hier und hier und hier irgendwo müssen wir... So. Ah, okay. Also, uh, in, uh, Sandrock. Ach, okay. Okay, das war wohl, da haben wir noch eine Truhe. Okay, den müssen wir ansprechen. Well done. If Plants could talk, I'm sure they'd say, thank you. As no good deed should go without a reward. Here, take this. See you later. Da keine gute Tat ohne Bedrohung sein soll, hier, nehmt das. Wir sehen uns später. Okay. Wasser. Wasser ist wichtig. In dem Spiel. So, äh, dann gehen wir nach... Da unten. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht schaffe ich den Sprung von einem gewolltes Mantra. Und hier gibt's, glaube ich, keinen, äh, Halsschaden oder Schaltbaden oder wie man es auch immer hängt. Was ist der, äh, was ist das für ein alter Mortimer? Somehow this doesn't feel like a party. Come on y'all, the music's great. Let's have some fun. We can worry about the town's prospects. Ja, die Schallfahrten meine ich. Ja, genau. Irgendwie fühlt sich das nicht wie eine Feier an. Komm schon, Leute. Die Musik ist toll. Lasst uns Spaß haben. Wir können uns später sorgen um die Aussicht der Stadt machen. Es scheint noch zu der alten Hauptversion zu sein. Ja, ja, Owen. Es gibt keine Möglichkeit, zu beschäftigen über unsere Prospects. Denn wir haben keine Prospects, zu beschäftigen. Okay, den Mortimer hatten wir davor noch nie getroffen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen um, äh, um unsere Aussichten, äh, wir müssen uns keine Sorgen um unsere Aussichten machen. Aber wir haben keine Aussichten haben, um die wir uns sorgen können. Hey, Gramps, you're killing the vibe, man. What's with all the doom and gloom? Sandrock is on the up and up, you hear? Soon, everything is gonna be smooth sailing. I truly believe it. Ja, dann, äh, noch einen schönen Morgen und schön, dass du reingeschaut hast. Und ja, dann, äh, dann bis später nochmal vielleicht. Hey, Ova, du versaußt die Stimmung, Mann. Was soll die Schwarzmalerei? Sandrock ist auf der Überholspür, hörst du? Sagt wird alles glatt laufen. Ich glaube wirklich dran. Justice hat recht, wir haben einiges, worauf wir uns freuen können. Zwei neue Handwerker, Trudy steht kurz vor einem Durchbruch, alles wird gut für Sandrock. Mortimer ist, äh, ja gut. Mit dem kann ich nochmal kurz laden, mit dem habe ich nämlich noch gar nicht geklaut. Du fragst, ob ich meinen alten Freund vermisse? Nun ja, ich besuche sie fast jeden Tag. Okay. Der Friedhofseite, oder was das? Warte, ey. Stand da, glaube ich, kurz. Irgend sowas. Take a easy. Ach, das sind seine alten Freund, vielleicht einfach, äh, tot. So. Ähm. Ich schließe Bestellung ab. Okay, wo müssen wir die denn hin tun? Wo ist die denn, die wir... Mapkarte. Wo ist die denn, wo wir die Bestellung hinbringen müssen? Ist sie nicht auf der Karte parkiert? Und, äh, wer war das denn nochmal in Missionen? Ich schließe die, äh, wenn ich schließe die, äh, ganz schnell ab. Keine Ahnung, wo die ist. Keine Ahnung, wo die ist. Da hinten habe ich irgendwas markiert. Was ist das denn hier markiert? Was ist denn hier markiert? Und wieso? Wieso ist dieser Punkt markiert? Keine Ahnung, wieso dieser Punkt hier markiert ist. Ich gehe mal hier rein und guck mal. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier rein und guck mal hier rein. Ich gehe mal hier rein. Ich gehe mal hier rein. Und dann, wo die oben hier lebt, wo sie sich übereinander hängen. Warum können die Leute jetzt nicht nehmen dann? Dass man alles mal sieht. Kupferstab, Schleiffliegen, aber wir können, glaube ich, nichts annehmen, weil wir noch den einen Laufen haben. Fummischal, die haben wir noch. Acht Stück, weiß ich nicht, ob wir acht Stück haben. Ja. Aber wo finden wir die... Wo finden wir die Personen, wo wir es abgeben müssen? Und das ist das. Und Missionen, das wäre... Ach nee, wir müssen erstmal die Tränzestangen aufnehmen. Die müssen ja fertig sein hier. Der Inventar ist voll, okay. Den Staubbittel können wir, glaube ich, mal da raus tun. Was haben wir den denn? Ich tue mal... ...sortieren. Auffüllen. Gucken. Äh, die andere. Auffüllen. Ja, dann... ...gucken wir mal, was haben wir denn? Ich tue, glaube ich, auch die Dingssteine mal raus, die Steine zu nerven. Okay, die Bestellung haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir sie abtiefern, okay. Wir hatten vergessen, die Sachen aus dem Ofen rauszunerholen. Ich weiß immer noch nicht, was der einen Punkt da in der Wüsten... ...deutend hat. So. Der trainiert auch fleißig. Aufträge aus Sandrock. Bestätigen. Ah ja, das ist genau das, wonach ich es sucht habe. Äh, hat es auch ganz schnell raus... ...äh, rausgeschmissen. Huch. Danke, TGE. Wir Bergleute wissen, alles... ...äh... ...das alles zu schätzen. Okay. Ja, plaudern wir gerade noch mal. Das Wichtigste im Leben ist die Familie. Ich meine, abgesehen von Luft und so. Schätze ich. Aber du weißt, was ich meine. So. Ach, wahrscheinlich... ...das ist nur einfach ein Punkt, den ich markiert habe. Okay, ich kann hier mal Punkte markieren. Wie kann ich demarkieren? Okay, nochmal drauf gehen. Da weiß ich, was der Punkt bedeutet hat. Da habe ich wohl irgendwo mal den Punkt da markiert. Da habe ich gerade gedacht, schon irgendwas... ...wär da Besonderes, aber... ...besonder war, dass ich da einfach noch die Karte gebliegt habe. Ähm... ...ja, wir haben... ...die andere Nebenmissionen können wir noch nicht annehmen. Danke für den Follow. Ähm... ...Krittolix. Ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus. Wenn nicht, kannst du mich gerne korrigieren. Dann versuche ich es nochmal richtig. ...Krittolix hört sich so ein bisschen nach Asterix und Obelix an. Wirst du Asterix und Obelix fennen oder... ...einfach nur, wie ist es auf den Namen gekommen? Wobei, das... ...X am Ende, das... ...ähm... ...das X am Ende, das muss ja nicht unbedingt aus der Richtung kommen. Das erinnere ich mich immer. Irgendwie da waren. Ähm... ...welchen Auftrag nehmen wir jetzt an? Schleifsägen. Äh, dann machen wir mal. Hardwurst-Dielen. Oder Gummischalen. Hardwurst-Dielen, das weiß ich eigentlich nicht. Machen wir die mal. Ich weiß gerade nicht, wie viele wir haben. Versitz 3. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gummischrotter abbauen. Aber machen wir trotzdem mal. Und ich glaube an Missionen. Ja. Dann sind wir jetzt bei keiner Hauptmission. Also was wir natürlich angehen könnten, wäre mal die verwässerte Axt an... äh... ...herzustellen. Aber ich würde, denke ich, dann erst mal... ...Holzschrotzeln. Ach, okay, hier fehlt... ...Brennstoff. Wie viel Gummischrott haben wir denn noch? Fünf. Ich würde sagen, wir sammeln nochmal auch Gummischrott. Zur Sicherheit. Und... ...wir machen hier nochmal ein paar Bronze. Okay, hier können wir auch Gummischalen herstellen aus... ...Gummi. Okay, ich wollte... ...irgendwas wollte ich noch gucken. Ach ja, was wir... ...können wir einen Bronze Axt brauchen. Was brauchen wir denn dafür? ...Kupfer-Schrauben, müssen wir mal gucken, wo man die herkriegt. Den kriegt, können wir, glaube ich, machen. Und die Bronze-Stange. Ja, ja. Schrauben könnten wir zur Not kaufen. Ich würde jetzt sagen, wir bauen erst mal Gummischrott. Ab. Okay, da geht die ganze Zeit Gummischrott. Ich würde gucken... ...dann geht auch immer noch rum. ...dann baue ich hier nochmal einfach hier den... ...Schrott-Backup. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Gummischrott raus. ... Ja, ja, ja. Wir haben jetzt 19 Uhr. Okay, wir kommen an den Wohntag. Äh, in die Milie gehen macht doch keinen Sinn mehr. Vielleicht könnte man die größeren Steine abbauen, die ich davor habe. Wenn ich die hier habe, habe ich hier mal noch Steinschreste. Ich meine, der Kies hat nur schon abgebaut, diese Feststeine hat nur noch nie abgebaut. Einfach nur mal gucken, was das bringt. Erbahrung und Sandstein. Marmor. Okay. Und die Inventar ist voll. Tag ist, kaufe ich mir neue Inventarplätze. Wahrscheinlich ist das ganz gut, wenn ich mir nochmal neue Inventarplätze kaufe. Äh, interagieren. Erstmal, aber ... ... das Auto von Schlauch füllen. ... das Auto von Schlauch füllen. Dann kann ich auch noch eine Sache mehr rein tun. Oder zwei Sachen mehr. Das füge ich dir mal rein. Na gut. Sortieren. Also ich habe kein wirkliches System hinter dem, was ich hier nicht... Also kein wirkliches System. Ich habe ein bisschen was an System, aber nicht. Jetzt mal gucken. Ich weiß aber nicht wirklich, was 100% ich sehe, wie ich da meine Kisten sortiere. Wo war der Stein? Ich glaube, hier war der, oder? Nee. Naja, Kies hatten wir aber schon. Ich wollte eigentlich nach... Da hatten wir das. Ach, meine Ruhe sagt, ich soll wach werden. Na gut. Die habe ich nicht nur aus. Oh, wir gehen nochmal den Feststein ab. Feststein enthält auch Tau. Okay. Marmor enthält er. So, dann... Ich weiß noch nicht, wofür ich die ganzen neuen Stein-Sort brauche, aber... Äh, wieder für Werte. Können wir jetzt mal Kummi-Schrotz rein tun. Einsammeln. Wir haben keinen, äh, okay, wir haben keinen. Wir haben keinen, äh, okay, wir haben keinen. Dann... Was haben wir denn jetzt von den Visionen? Nee, Kummi-Schalen haben wir mehr als einen, dachte ich schon. Äh, Inventor. Eine hier. Ich dachte, wir hätten schon irgendwo welche. Die sind halt sicher hier in der Kiste. Da haben wir doch schon welche. Aber jetzt gehen wir ins Bett. Vorhang. Neuer Tag. Und jetzt... Ah, wieder irgendeine Zwischensequenz, solange sie erläht. Niemand bewegt. Häng jetzt, Hände auf. Kein lustiger Business. Well? Ich habe es. Los geht's! Freize, Logan. Wir haben dich jetzt. Wie geht's? Ah, wie entsorgen, Nathan. Ich habe es. Aber, äh, es gibt vor allem auch Schusswerfen. Okay, wir haben einen Brief. Aber erstmal will ich gucken nach... Äh, ne, ich wollte hier erstmal den einsammeln. Dann haben wir nochmal zwei Gummischalen mehr. Dann haben wir sechs jetzt insgesamt. Und wir können noch eine herstellen, dann haben wir sieben. Äh, wie sieht's denn hier aus mit dem... ...Aussagen. Äh, Schleifstein. Ich glaube, den konnten wir hier herstellen, oder? Schleifstein? Nee. Schleifstein? Können wir hier herstellen? Nee. Können wir hier irgendwo herstellen? Das muss man kaufen. Oder finden. Oh ja, dann! Und dann kommen wir mal, die werden uns mal verpacken. Allora, das ist ja nicht nur sein. Nicht nur sein steady, der Steiffstein. Also nicht nur sein, oder... Ich weiß nicht nur sein, doch gern. Ich weiß nicht nur sein, oder hab ich nur ein Rezept, oder was wir kaufen können. Die werden uns auch da sehen, oder? Von Illyze. Mir ist aufgefallen, dass du in Sandrock ohne dein eigenes Pferd unterwegs bist Da wäre ich an deiner Stelle aber ganz schön erschöpft Komm zu mir und ich bringe dir ein oder zwei Dinge über das Reiten bei Okay Wir haben eine neue Sidequest Und hier ist eine neue Hauptquest Also du sagst mir, dass du nichts nicht gesehen hast Du wirst mir also sagen, du hast nichts gesehen Ich sah ein Feuer in diesem Mannes Augen Ein brennendes Wunsch für Vengeance, das schlug durch meine very essence Ich sah in den Augen dieses Mannes anbrennen, verlangen nach Rache All right pal, did you see anything that would hold up in the court of law? In Ordnung Kumpel, hast du etwas gesehen, das vor Gericht bestand hätte? Not to that effect, no I didn't So let me get this straight None of y'all saw him take anything Nobody got robbed Damit ich das richtig verstehe Keiner von euch hat gesehen, wie er etwas gestohlen hat Niemand wurde ausgeraubt Er hat einen riesen Kopf, finde ich Was ist mit dem Bekehrt? Also ihr seht, es ist sowieso riesig Aber dann noch ein riesen Kopf drauf Oder ist das gerade die Perspektive? Ne, ich glaube das wirklich nicht Aber ich stehe ja hinter den anderen, die davor stehen Hm, die habt ihr nicht gesagt Entschuldigen Sie, Captain Äh Ernest von der Alter Times Könntest du dich zu den wilden Anschuldigungen äußern Äh, die, äh, diesen Vorfall umgeben Wer ist dieser Logan? Und Was sind, äh, seine Beweggründe? Glaubst du, dass er im Besitz von Machtverdichtungswachen sein könnte? Dang You don't get out much, do you, Partner? First off I'm the sheriff around these parts Captain's the cat Second I'm the one asking the questions here Not the other way around Dein Abend, du kommst nicht oft raus, oder, Partner? Erstens bin ich der sheriff, äh, in dieser Gegend Der Captain ist der Kater Zweitens bin ich derjenige, der hier, äh, die Fragen stellt Nicht umgekehrt Dang, Reporters Almost made me lose my train of thought Train Aha, yeah The train robbing Or, lack thereof Well, we still got him for Attempted hijacking Resisted arrest Unlawful use of firearms I'll add it to the pile Das übersetzt aber nicht gut ins deutsche, äh, der Wortwitz Verdammter Reporter, fast hätte ich den roten Faden verloren Stück für Stück, äh, Zug um Zug, ah ja Der Zugüberfall Na gut, haben sie versucht wieder, den Wortwitz wieder reinzubringen, aber nie Äh, ja Oder eben keinen, ne Äh, nun, wir kriegen ihn immer, äh, noch wegen Versuch der Entführung, Widerstand gegen die Festnahme und unerlaubter Gebrauch von Schusswaffen dran Ich füge es den langen Liste, äh, der langen Liste hinzu Y'all are free to go And remember If any of y'all think of any info you think we can use to catch Logan Run home back to Civil Corps, double time Es steht euch frei zu gehen Und denkt dran Wenn, äh, wenn einem von euch Eine Information einfällt Die wir brauchen können, um Logan zu fangen Dann läuft, äh Lauf zurück zur zivilen Truppe Und zwar schnell Okay I can't wait to get out of this place Ist der Hauptauftrag hier Haha, wandering around aimlessly, eh? That is so you Great news I've got something you can do right here Ah, du ist zählenlos am Herr, was, Digi? Das ist typisch für dich Tolle Neuigkeiten Ich habe etwas, das du gleich hier tun kannst Ahem, yes I was hoping to, äh, run into one of you builders You see, that pesky Logan has struck again More specifically He struck this here train window And, äh, yeah, you know the drill Guess who needs to fix it Ähm, ja, ich hatte gehofft Einen von euch Handwerken zu treffen Denn dieser lästige Logan hat wieder zugeschlagen Genauer gesagt Hat er bei, äh Er, er hat bei diesen Zugfenstern zugeschlagen Und ihr wisst ja, wie es läuft Ratet mir, wer es reparieren muss Jensen called me over all in a huff Wer, 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 my poor little Twain Normally I wouldn't entertain Let alone reward such babyry But Matilda was standing right there So, yeah Better get it done quick Jensen, äh, rief mich, äh, ganz aufgeregt zu sich Wer, 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 mein armer, äh, kleiner Zug Normalerweise würde ich, äh, so ein Baby geschreien Nicht dulden, geschweige denn, äh, belohnen Aber Matilda stand genau dort Also, ja, das sollte, äh, wohl besser schnell erledigt werden Aber all das ist unwichtig Denn du bist hier und hast offensichtlich nichts Besseres zu tun Also wirst du keine Probleme haben, diesen Auftrag anzunehmen, stimmt's? Ja? The train is stopped now at the station Just get some glass and fix the window Should be easy as pie Well, off you go then Scoot Komm, see me when it's done for your pay Der Zug steht am Bahnhof Besorge einfach etwas Glas und repariert das Fenster Das sollte ein Kinderspiel sein Also, dann Los geht's, hau ab Komm, äh, zu mir, wenn du fertig bist Um deine Belohnung abzuholen Okay Äh, wir haben Medikamenten-Missionen können wir immer noch nie annehmen Äh, ich kann nicht mehr Immer noch nicht weitermachen, weil die ist Mittwoch Äh, wir haben erst Dienstag Glas müssen wir Müssen wir mal gucken, wie man Glas herstellt Weil erstmal dieses Gummi haben wir auch noch Äh, ja Und jetzt was wollte ich, glaube ich, machen Für unsere unglaublich wundervollsten, äh, äh, Aristokraten Don't straight Good day, Partner Ready to get your ride on? Yeehaw Yeehaw Let's go talk to my Pa at the ranch He can lend you a horse for the day I'll be right behind you Yeehaw Lass uns mit deinem Papa auf der Ranch reden Er kann dir für den Tag ein Pferd leihen Ich bin gleich hinter dir Eine Spezialität in Sam Hey Pa Ich habe den neuen Builder Ich will ihm ein Riechen Bring out the finest Dalline we got On the house Hey Pa, ich habe den neuen Handwerker mitgebracht Damit er, ich ihm Reiten beibringen kann Hol deinen besten Hengst, den wir haben Äh, aufs Haus Well, now My little butter muffin, sweetie pie I'd love to help out you and your friend here But you know we don't lend out no horses for free Ach, mein süßes, kleines Monik-Kuchenfäden Ich würde euch ja gerne helfen Aber du weißt Dass wir keine Pferde umsonst austeilen Pa Pa Don't you paw me, little Missy Now, you for a fact know that Sag nicht, äh, pa Zu mir, kleine Bräulein Du weißt doch genau, dass Pa Pa Well, I guess it couldn't hurt just this one time Na, nun, ich denke, dieses Einmal wird Und nicht charten So Ein Kamel oder ein Pferd Gewöhnlich, gewöhnlich Das ist der Unterschied Wahrscheinlich kann ich das Kamel mehr tragen Aber mit mir meins Zurück Äh, äh, abbrechen Ne, was muss ich machen Escape Escape wahrscheinlich Also gut, Tiki Hier, bitte Und sei vorsichtig Diese Pferde, die können Angst riechen Äh, danke, äh, wir kommen schon, klar Danke, Pa Hab dich lieb Tiki Auf geht's Aufsattelt Aufsattelt Okay E, äh Dann F Weiß An der Züge nicht, äh Sieht aus, als hättest du Okay Okay Hast du ein bisschen Ärger da hinten Partner Mach dir keine Sorge Du hast den Drehball draus Du kannst dir jederzeit ein Pferd von meinem Vater mieten Aber was du echt tun solltest Ist bei der Konstruktionskreuzung Vorbeizuschauen Und dir einen Stall An deinem Eigenheim anzubauen Damit du dein eigenes Pferd Halten kannst Das wird dich Eine Echte Äh, Jagdhand Machen Na gut Äh, nur ein Pferdebesitzer Wenn dir die Bezeichnung nicht gefällt So, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Also Momentan haben wir bisher noch nicht die große Distanz Zurücklegen müssen Ich hatte heute viel Spaß mit dir Tigi Wir sehen uns Bleib fest im Sattel Okay Okay Wenn ich jetzt wieder bin, wo ich das Gart wieder abhebe Wo waren das Ich gucke mal auf der Karte Jagdmanage-Station Wir haben das Forschungs Farmgelände Ne, da war es nicht Was will Wie hieß die denn, die wir uns gerade angesprochen hat Reiten lernen Das war die Alice Mal gucken, wo ist denn die Kann man hier irgendwo sehen, welches Haus die hat Ach, da sind die beiden Also Das ist dann doch unten beim Farmgelände irgendwo Dann wird das hier unten sein Ja, ich und Äh Personen richtig zu ordnen Naja Irgendwann lernen wir es Dann müsste es hier irgendwo sein Mabel nicht Ach, da war es Ach, da war es Ach, da war es Ach, da war es Noch möchte ich kein Pferd Noch möchte ich kein Pferd So, Gummis haben wir hier Einsammeln Mal Gummischalen Wie viel müssen wir denn noch herstellen Wir haben Acht haben wir Und acht müssen wir herstellen Dann haben wir alle DINAS brauchen wir für Klaas Okay Aber erstmal nicht den Die Kiste hier Nee Äh Dann doch Die Kiste hier Auch wollen, aber Das tue ich mal Ich kaufe mal zwei Weil Nicht, dass irgendwie Ich möchte die Raider Backlampen So, dann Äh Wo kann man Ich glaube hier an dem Machen war das Glas Herstellen Schraufeln noch Und dann Ich stelle mal Glas her Mischworte bewerten wir noch Und dann gehen wir mal nach Wo haben wir denn die Missionen hin Äh, Mission Aufträge Genau Wo ist die Person, die wir Schraufeln, okay Mom ist eigentlich Missing die Kraton Musik So, hört man das eigentlich im Stream, dass hier die Vögel züstern? Hervorragend, aber was könnte ich auch anderes erwarten, wenn ich es von jemandem wie dir bekomme? Bitte nimm das für deine Mühen. So, dann haben wir wieder Geld gekriegt und wieder Ruf verbessert und so. So, Daniel. Ich würde sagen, verlassen wir hier mal. Können wir nur in Auftrag annehmen. Können wir noch nicht erledigen. Und den haben wir schon in der Bearbeitung. So, was haben wir denn an Aufträgen? Alles ein Sterne. Fünf Tage. Machen wir die fünf Tage, weil die haben wir, glaube ich, schon. Kann ich noch einen zweiten aufnehmen. So, dann machen wir mal Steindruck, wenn ich das kann. Nee, kann ich immer noch nicht. Versuch's halt immer wieder. Wie sie es irgendwann kann, aber wahrscheinlich kriege ich eine Mitteilung, wenn ich es kann. So, ähm, dann. Wollte ich noch mal gucken. Ne, was wollte ich? Ich wollte Kupferstangen. Wie die München war. Oder muss ich welche machen? Äh, ja. Mal in mein Inventar gucken. Kupfer, zehn Stück. Dann. Missionen. Mal folgen. Mal folgen, wir die mal. Hätten wir auch gleich da bleiben können. So, entagieren. Auftrag. Hervorragend, aber was könnte ich auch anders erwarten, wenn es von jemandem wie dir kommt? Bitte nehmt das für deine Mühe. Ich weiß nicht, ob ich die jedes Mal vorlesen sollte. So. Ich kann mir die nächsten Auftrag annehmen. Äh, was machen wir denn? Holzstücke, Steindrücke oder Schleifsägen? Äh, klar, das werde ich jetzt nicht machen, wir haben nämlich gerade erst... Machen wir mal Schleif. Kannst keinen weiteren... Okay. Okay, dann kann ich wohl jetzt heute keinen weiteren Auftrag nehmen. Wobei ich keinen mehr aufn hab. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Schrotthaufen und bauen den Schrotthaufen. Die Mine würde ich jetzt nicht mehr gehen. Obwohl, das ist eine Uhr, könnten wir auch noch reingehen. E-Ticket kaufen. Wir können auch mal wieder zum Research-Senseki und irgendwelche Forschungen anschalten, wenn wir den ganzen Datentests, die wir haben. So, wenn ihr einenlle Ich mach das mal. Ich glaub das hat bis 22 Uhr auf. Wo ist er? Nicht hier. Ah, da wird das wohl nichts. Ich könnte noch irgendwas machen mit der Zeit. Wir haben hier noch... Äh, es ist ja 21 Uhr. Ich würde mal bis 22 Uhr irgendwas machen. Und wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte übergeben können, aber das würde ich sagen, mach mal. Ja, es geht hier auch ganz anders als mit dem Steinschwert. Da sind vier Angriffsfrequenzen. Der geht schneller. Der geht schneller. Aber das sammelt trotzdem nicht heute eins, sondern wir gehen erstmal hier. Wir hoffeln. Wir hoffeln. Wir hoffeln. Hoffeln. Dann gehen wir ins Bett. Moment auf. Wir hoffeln. Wir können in den Optionen die Zeit... Ich hab grad gelesen. Einstellung. Kann man die Zeit hier langsamer stellen? Spielgeschwindigkeit. Bewegt der sich da noch langsamer? Ich guck mal. Ich stell's wieder hoch, wenn das... Ich seh keinen Unterschied. Ich mach's wieder hoch eins. Und jetzt... Äh... Wir können einmal hier einsammeln... Hier einsammeln... Oh, komm. Ey. So, was war der Auftrag, den wir noch hatten? Den Hauptauftrag haben wir erledigt, wir hatten aber noch... Ne, die eigene Messina muss man nicht herstellen. Den machen wir den Hauptauftrag erstmal fertig. Dann gehen wir hier durch. Bestätigt. Wir haben ja einige Sachen, die wir noch Auftrag annehmen können. Können wir natürlich auch machen. Wir gehen auch hier gerade rum. Oh, fix that window, eh? Oh, splendid! Another fine contribution to Sandrock on behalf of the Commerce Guild. I'm sure they'll have a few kind words to throw my way at the next fireside, eh? Du hast das Fenster repariert? Was? Richtig. Eine weitere gute Tat für Sandrock im Namen der Handelsgilde. Ich bin mir sicher, dass damit beim nächsten Versammlung ein paar nette Worte in meine Richtung fallen gelassen werden. Was, Tiki? Okay. Hier haben wir irgendwas, was wir annehmen können? Was? Hey, Builder! Halt Shopping again! Unfortunately, right now I have such a backlog, I just can't make time to help you. Hey, Handwerker, wieder am Einkaufen. Ich, wirklicher Zufall. Ungefährweise habe ich gerade so viel Zeit auf der Agenda, ich habe einfach keine Zeit, um dir zu helfen. If only I could slip myself into thirds. One to watch the shop, one to deliver packages. Then the last could go to the game center and just have fun all day. But alas, just this delivery alone might take all three parts. That would be greatly appreciated. Das wiss ich, äh, das wiss ich wirklich zu schätzen. It's a simple delivery. You just need to help me run this over to the customer. Das ist eine einfache Erlebung. Du musst mir nur helfen, das hier zu Kunden zu bringen. You see, this is a special condiment ordered by Owen for the Blue Moon Saloon. Expertly made in Walnut Grove. Legend goes that with this seasoning even a rock can be made into a delicious meal. Siehst du, dass es eine spezielle Soße, die Owen für den Blue Moon Saloon bestellt hat? Fachmeinig hergestellt in Walnut Grove. Die Legende besagt, dass mit diesem Gewürzen selbst ein Stein zu einer künstlichen Mahlzeit wird. The Blue Moon Saloon is one of by the stairs most cherished customers. Though still, I do hope Grace doesn't let it go to waste. The Blue Moon Saloon is one of the most cherished customers of the stairs. Although I still hope Grace doesn't let it go to the bridge, I'm a bit worried about it. My store guarantees delivery within 24 hours upon supply arrival in town. So please don't forget, when you've delivered it, I can only ask that you return to me and let me know. Thank you. And this is the package I ordered from by the stairs? Why are you the one out here delivering it to me? Ah, so you're helping Arvio. We'll take a Yakmal-Milk on the house. Consider it a little tip for me. Ah, also hättest du Arvio. Na, nimm ein Yakmal auf mich aufs Haus. Prachtest du als kleines Trinkgeld von mir. Okay. Jetzt hätten wir. So, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir wieder zurück, oder gehen wir, ja, gehen wir erstmal wieder zurück in Richtung. Du hast es schon geliefert, das war wirklich keine lange Strecke. Okay. Nemo, verwirrter Hausrund, okay. Ähm, da wäre ich hier. Wo gehen wir hin? Gehen wir mal hier hoch. So, are these really free? I always believe there's no such thing as a free lunch. What does this medicine actually do- Ow, we can't get back! I'm good, Doc. I'm good. Yeah, it's healed. Surely a bird would never mislead us. Impossible. Animals are pure of hearts. I'll take 20. I'll take 20! It's free, it's free! Umsonst, umsonst. Okay. Go, go! Umsonst. Geh, geh. Äh, blau, gelb oder... Nehmen wir auch, blau. Wie viele Päder halte ich hoch? Na gut, äh, nah genug. Okay. Nur vorübergehend. Haben nicht... Okay. Irgendeinen Effekt haben wir jetzt gerade. Lein... Äh, okay. Die ist verschwommen, sehen. Naja. Alles okay. Nehmen wir die. Und der Effekt ist vorbei. Excuse me, ma'am. Might I have a word? I'm new to Sandrock and... I would be remiss to pass up an opportunity to speak with a dignified looking damsel such as yourself. Na, jetzt sieht der kommt nicht so richtig aus, der das ist. Ernest, äh, entschuldigen Sie, ma'am. Können ich, äh, dich kurz sprechen? Ich bin neu in Sandrock und wäre, äh, nachlässig, wenn ich, äh, mir die Gelegenheit entgehen lassen würde, mit, äh, äh, würdevoll aussehende Dame wie dir zu sprechen. Meine Güte, Tiki, hörst du das? Ich glaube, das sind die Worte eines echten, äh, Alteraners. Und wäre niemand so schick. Nun, was kann ich für dich tun, Neuling? Schaust du nach einem guten Essen oder einfach nur einen Ort, an dem du dich ausräumen kannst? Ich bin mir, äh, äh, bin seit mehr als 20 Jahren in dieser Gegend auf der Ranch. Ich denke, ich sollte ein oder zwei Dinge wissen, Park, einfach Tiki, unser Handwerker hier. Hm, I believe you. Ich bin Ernest, by the way. Ich bin hier auf der Behalfe der Altara Times. Ich war, äh, ein Stück auf dem Bandit-Fellow, der euch alle so viel Probleme hat. Würdest du in die Situation sein? Hm, ich glaube dir. Übrigens, ich bin Ernest. Ich bin im Auftrag der Altara Times hier und wollte einen Artikel über diesen Banditen schreiben, der uns euch allen so viel Ärger bereitet hat. Würdest du dich gern zu der Situation äußern? Oh, ich denke, du meinst Logan. Mr. Ernie, Sir, ich glaube nicht, du warst auf dem Train, warst du? Du willst immer noch mit diesem Ratschel? Oh, ich nehme an, du meinst Drogen. Herr Ernie, ich nehme an, Sie waren nicht, äh, in dem Zug, oder? Wollen Sie den Gauner noch einholen? Well, here's my way, Ian. You'd do best by packing your bags. That Logan's a wanted man. And he likely won't take kindly to a fancy talking pants wearing city-slicking point Dexter snooping around. No offense. Ich sage dir, äh, was ich denke, am besten packst du deine Sachen. Dieser Logan ist ein gesuchter Verbrecher. Und er wird, äh, sehr, äh, er wird es wahrscheinlich nicht mögen, wenn ein hochtragender, hochtragender, stadtbekannter Schnüffler herumschnüffelt. Äh, nichts für ungut. Wenn du über etwas schreiben, äh, musst, schreib über die Landschaft. Probieren, äh, probieren Sie unsere Jagdmüllwurst. Das ist, äh, so gut, dass die Leute von Porsche herkommen, um sie, um sich einzudecken. Logan, vergiss es. Warte, bis die Korpsen, äh, ihn schnappen und frag ihn dann selbst. Und es ging so gut. Ah, ich habe wirklich eine Walle diese letzten paar Tage. Ich kann nicht, dass ich niemanden öffnen kann. Are they really so afraid of one guy? Is it my cologne? You, Builder, ähm, Despite all that, I don't suppose you would be willing to answer some of my questions About Logan. Äh, du Handwerker, äh, Was allen, nehme ich nicht an, dass du bereit bist, mir ein paar Fragen zu beantworten über Logan? Äh, ja, machen wir mal. Wir wissen, warum wir ja auch nicht. Äh, erinnnt. Really? You will? Fantastic! One moment, let me just get out my notebook. Ach wirklich, du willst? Fantastisch. Einen Moment, ich hole kurz mein Notizbuch heraus. For this interview, please try to be as objective as possible. Try not to let your feelings or any biases get in the way. It's important that I only get the facts as I try to understand this bandit persona. Gigi, bitte versuche bei diesem Interview so objektiv wie möglich zu sein. Versuche dich nicht, äh, von deinen Gefühlen oder Vorurteilen leiten zu lassen. Das ist wirklich, ist es wichtig, dass ich nur die Fakten erfahre, wenn ich versuche, äh, diese Banditen Persönlichkeit zu verstehen. Ähm, Das ist schon in Ordnung, trotzdem lebst du schon eine Weile hier, nicht wahr? Ich glaube, dass dein Wissen, äh, noch von Nutzen sein kann. Tell me what he looks like. I mean, have you seen the posters around here? They really couldn't have found a picture of him without a bandana over his face. Just a simple description will do. Sag mir, wie er aussieht. Ich meine, hast du, äh, die Plakate gesehen? Können Sie wirklich kein Bild von ihm finden, auf dem er kein Kopftuch trägt, über den Gesicht hat? Äh, eine einfache Verschreibung reicht aus. Äh, ja, was sagen wir, er ist nicht so gut, wie er aussieht, kein Kommentar. Sag Ernest, was du weißt. Ja, sagen wir, was er weißt. Hm, so you've never seen his face either. I got a quick look at him. That disarming glare. Ice cold. I'll never forget it. And even through the bandana, you can see there are stories written on his face. Just waiting to be told. Ja, äh, ich will schon wie das Tico-Kostüm sehen. Ich seh's schon. Ja. Aber momentan ist es hier ein ganz angenehm an sich. Ähm, Du hast sein Gesicht also noch nie gesehen. Ich hatte einen kurzen Blick auf ihn geworfen. Dieser entwaffnende Blick. Eiskalt. Ich werde ihn nie vergessen. Und selbst, äh, durch das Kopftuch hindurch, kann man sehen, äh, dass ihm, äh, Geschichten, äh, ins Gesicht, beschrieben stehen, oder geschrieben stehen, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Ah, okay, ja, muss ich nicht. Ah, okay. Also wartet noch, bis es sich lohnt. Logans accomplice, the man who helped him on the train. What do you know about him? What's his name? Logans, Logans complice, äh, der ihm im Zug geholfen hat. Was weißt du über ihn? Wie ist sein Name? Ich glaube, sein Name ist Eierjunge. Äh, der Handschlanger. Der Isaru ist ein älterer Freund. Äh, weil wissen wir das? Ich weiß gerade nicht. Ich esse mich nicht an einem tollen Dingsartikelnamen. Ich glaube, zuerst antworte ich mal. Weil das zweite wahrscheinlich das richtige ist. Ja, antworten wir das zweite. Haru und Logan, ich sehe. Ja, ich habe notiert, dass sie nahe sind. Einer hat sich nicht mehr wissen, was der andere was zu tun hat, von nur einem kurzen Blick. Haru und Logan, ach ja, äh, mir ist auch fallen, dass sie sich nahe zu stehen scheinen. Jeder scheint, äh, jeder schien mit einem kurzen Blick zu wissen, was der andere vor hatte. Hmm, so, that's all you know? Well, I appreciate your honesty. As a non-native Sandrocker, I suppose I should have expected as much. But, I can tell you did your best. Thank you. In any case, I suppose this counts as my first complete interview. They sent me here to just do a little throwaway piece for Ernie's world. But, this whole bandit thing is gold. My editor Eduardo is gonna flip. Sie haben mich, äh, hierher geschickt, um einen kleinen Artikel über Ernie's, äh, Welt zu schreiben. Aber, diese ganze Banditensache ist gold wert. Mein, äh, red, äh, redakteur Eduardo wird ausflippen. Banditensache auf deinem Train? Es ist sicherer, als du denkst. Hm, nein, das ist nicht gut. Nichts, nabz, nada? Oh, wie schade ist das? Banditen in deinem Zug? Das ist wahrscheinlicher, als du denkst. Hm, nein, das ist nicht gut. Üble, äh, üble Übeltäter überfallen überall. üble wie kitschig. Ist das, das war ein Fall, die, äh, das ist eine Alliteration. üble Übeltäter überfallen überall. Und das ist, ja, alles mit derselben, aller Haupt, äh, alle Hauptbestandteile mit derselben Silber, äh, mit demselben Lautanfang. So, äh, hey there, kiddo. I seem to keep seeing you around. You're not following me, are you, are you alright? Äh, hallo, kleines. Ich scheine dich ständig zu sehen. Du verfolgst mich nicht, oder? Geht es dir gut? I'm fine. Es geht mir gut. Are you lost? Where's your mother? Hast du dich verlauben? Wo ist deine Mutter? Er ist in die Wüste. I'm not lost. I live here. My mom is in the desert now. Ich hab mich nicht verheirt. Ich lebe hier. Meine ma ist jetzt in der Wüste. Schon seit Tagen. Ah, ich verstehe. In the desert. Oh, goodness. Ah, ich verstehe. In der Wüste. Ach, du meine Güte. Sweetie, where do you live? Do you need someone to help you get home? Schätzchen, wo wohnst du? Brauchst du jemanden, der dir hilft, nach Hause zu kommen? Hallo, kleines, äh, Tiki-Steinchen. Du verfolgst mich echt oft. Oh, okay. Ah, ja. Hm. Shit, äh. Die braucht keine Hilfe. Vielleicht. Nein, nein. Ich hab schon richtig vorgegeben. Ich hab schon. Nein, ähm, du bist Ernest, der Schriftsteller. Habt du den Maltese-Pigeon geschrieben? Nein, äh, ähm, du bist Ernest, der Schriftsteller. Du hast die, äh, Maltese-Taube geschrieben? Schönen? Hahaha, du bist ein Fan, hm? Gosh, warum hast du das gesagt? Oh, das Buch, du hast, das ist meine letzte Reise. Warum nicht ich es für dich schreibe? Äh, ne, die Leichen will keiner. Ja, genau, Leichen. Bisher hab ich auch noch, äh, außer Tier, äh, Tiere, doch keine Leichen hier in dem Spiel gesehen. Äh, ich glaub, das passt auch irgendwie nicht rein. Es gibt wohl Schusswaffen, uns gebrachen, aber keine Leichen bisher. Oha, aber irgendwo muss der, links, der Friedhof-Ding auch seine Leichen da auch bewahren, also du wirst es auch leicht geben. Äh, du bist ein Fan, was? Mensch, warum hast du das nicht gleich gesagt? Oh, das Buch, das, äh, du da hast, ist meine neue Veröffentlichung. Warum signiere ich das nicht für dich? Oh, das wäre toll. Danke, Herr Ernest. Oh, das wäre toll. Danke, Herr Ernest. Hey, alles für ein Fan. Hey, alles für ein Fan. Wem soll ich es widmen? Jasmine, das ist J-A-S. Jasmine, das ist J-A-S. Äh, und Jasmine, warum sagst du mir nicht, was war dein Lieblingspart, über dieses Buch? Ähm, und Jasmine, süße, warum sagst du mir nicht, was hat dir an dem Buch am besten gefallen? Was hat dir an dem Buch am besten gefallen? Ähm, eigentlich, ich dachte, die Geschichte dieses Mal ein bisschen überdreht war. Ähm, eigentlich dachte ich, dass die Geschichte dieses Mal ein bisschen überdreht war. Hä? Kon-trived? Wow, such a big girl word. Where did you... Äh, überdreht? Wow, so ein großes Mädchenwort, wo hast du... I'm not finished. The characters are paper thin. And if you've even been paying half attention, you can see every twist coming from a legal way. I think you've been really writing it in lately. Your old stuff was way better. Ich glaube, du hast dich in letzter Zeit ziemlich in die Ecke geschrieben. Deine alten Sachen waren viel besser. Hahaha, well, little kid, with all due respect, you're a little kid, and you don't know anything. Aha, kleines, äh, bei allem Respekt, du bist ein kleines Mädchen und weißt nicht, äh, naja. Das hat sich doch sehr, nach einer durchaus äh, dings berechtigt Kritik, also zumindest berechtigt weiß die Gruppe es, aber zumindest eine sachliche Kritik angehört. I'm your primary demographic! Ich bin deine Hauptzielgruppe. Hahaha. Actually, as you can clearly see displayed on the back cover, the book is intended for all ages. Well, that's all the time I have for today. Here you go, and cheerio! wieder auf der Rückseite des Buches sehen kannst, ist das Buch für alle Altersgruppen gedacht. Äh, nun, mehr Zeit habe ich, äh, heute dicht. Bitteschön, auf Wiedersehen. Wow, schau mal, Mr. Teddy, wir haben ein Autogramm von Ernest, der fameuse Writer. Lass uns das heute unter unserem Pillow heute Nacht. Kopfkissen. Tch, Mann kann es wirklich nicht allen recht machen. Irgendwie hat sie aber recht. Meine Romane sind nur bei der Zielgruppe der Zwölfjährigen wirklich gut angekommen. Es ist so schwer geworden, mich immer wieder selbst zu übertreffen. Ach. Wow, kann ich dein Buch lesen? Äh, du schreibst Bücher? Äh, das erste klingt besser. The Maltese Pigeon? Äh, sure. Well, the version you might find at a local store, my publishing company shortened it and turned it into a children's book. Perhaps one day, I could show you my original version for the novel. Äh, die Maltese, ähm, Maltesische Taube? Äh, sicher. Nun, die Versionen, äh, die sie, ähm, die möglicherweise in einer örtlichen Geschäft finden, mein Vertrag hat es gekürzt und zu einem Kinderbuch gemacht. Vielleicht kann ich Ihnen eines Tages meine ursprüngliche Version für den Roman zeigen. Dieses duzen und siezen durcheinander. Na joh. It was nice running into you again, Builder. But I really should get back to work. Despite the one-off-critic here and there, plenty of fans are in fact looking forward to what I come up with in Sandrock. So long! Ich sollten ja die Versetzung überall duzen. Also ich glaube, dieses duzen und das durcheinander ist kompletter Nonsens. Aber, ja, das wäre schön, äh, das, äh, war schön, dich zu treffen, Handwerker, aber ich sollte wirklich wieder an die Arbeit gehen. Trotz, äh, der einmaligen Kritik hier und da freu, äh, freuen sich tatsächlich viele Fans darauf, was ich mir in Sandrock ausdenke. mach's gut. Okay. So, haben wir einiges an, äh, Punkten bei dem wohl. Und dann, gehen wir mal da hinten hin. Verdammt noch mal, Himmel, Herrgott, verfixt und zugenäht. Da fielst du Stück Zaun. Mabel, hast du das Tor offen gelassen? Nein, Schatz. Wo zum Teufel sind dann all die Jagme? Sieht so aus, als ob dein Zaun kaputt ist, Partner. Brauchst du Hilfe? Ich bin Handwerker. Also, was war das Erste? Ist wahrscheinlich egal. Okay. Nun, ach, okay, der, das war wohl bei dem verkehrt. Äh, nun, ich kann mich nicht erinnern, dich irgendetwas gefragt zu haben, Bremder. Wie kommst du dazu, die Arbeit von guten, normalen Bürgern von Mimim zu kritizieren? Woher soll ich wissen, dass du nicht an einer Verschwörung beteiligt bist, um mich meiner Jagdminister zu befreien? Bist du an dem Ort des Verbrechts zurückgekehrt? Kam von dem von Ferdgermiet, oder war das nicht der? So entspann dich, ich bin Handwerker, ich bin hier um zu helfen. Ja, sagen wir das. Okay, das hat wieder etwas verbessert. Na na na, ich habe gehört, dass es in letzter Zeit ein paar neue Handwerker in der Stadt geben soll. Hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, aber jetzt ist es wohl auch keine Überraschung mehr. Seit uns vorräte versägen, sind alle guten Leute rar gesät. Ich kann es dir nicht verdenken, hier draußen gibt es nicht mehr viel zu verdienen. Als ich so alt war wie du, war das Sandrock, das ich kannte, praktisch das Paradies. Das stimmt, wir hatten Eier in jedem Nest, zwei Socken für jedes Paar Füße und Wasser, kostbar köstliches Wasser. Es war genug da. Nichts wie heutzutage. Koopas raue Stimmen, die früher wie Sandpapier klang, klingt jetzt wie ein sanfter Wiegenwind, dass hier in die Ohren geflüstert wird. Weiter zuhören? Ja, nicht einschlagen. Und die Kakteen nun? Ich kann denken, ich habe nicht das, was man einen konkreten Beweis nennen würde, eher einen Indizienbeweis, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe der Kakteen ein wenig verkaut ist. Nicht, dass das unbedingt ein Problem wäre und ich gebe zu, dass es ein Hirngespring sein könnte, aber die Sinnlosigkeit von Koopas Gespapel zerrt an deiner Seele. Der Augenlider wird schwer weiter zuhören. Ja, wir gehen ja jetzt durch. Grün ist die natürliche Farbe einer gesunden Kakteen. Daher wäre es naheliegend, dass die Kakteen, wenn sie gesunder werden würden, grüner und nicht weniger grün wären. Was, wie ich bereits dargelegt habe, einfach nicht der Fall ist. Es kommt dir vor, als hätte Koopa schon stundenlang über Kakteen reden hören, aber als du auf die Uhr schaust, sind nur ein paar mehr Minuten vergangen. Nein, wir schlafen nicht ein. Koopas zu Jahren dauern eine gefühlte Ewigkeit an und du beginnst an deinen eigenen Verstand zu zweifeln und daran, ob Koopa über eine außergewöhnliche Fähigkeit verfügt, die Zeit zu manipulieren. Ich hätte nicht geschätzt, dass er ja im Tod schwätzen kann. Ich hätte eher gedacht, dass er so der ruhige Typ ist, da der so zurückhaltend war. Aber wir hören weiter zu. Weil, das ist höflich und Nia war ja deutlich langgeschwitzt. Du bist nicht mehr in der Lage, dich auf die einzelnen Worte zu kontrollieren, die er sagt. Aber es streift allgemeine Themen wie die Mode für seine Jugend und die verschiedenen Klangwörter, die zu dieser Zeit für Goals verwendet wurden. Weiter zu hören. Und das ist der Grund, warum ein Steckrübe Steckrübe heißt, aber egal. All das hat sehr wenig mit dem Zaunbau zu tun. Das ist unsere aktuelle Priorität. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du dein Handwerkzeug holst und dich an die Arbeit machst. Okay. Du stellst sicher, dass es ein Bronzezahn ist. Ich weiß, was du denkst. Der ganze Rest des Tauns ist aus Holz. Weißt du was? Wir dürfen keine Bäume mehr fällen. Also mach es besser aus der Bronze. Steckrübe, du. Ich lege sofort los. Ja, ich lege sofort aus. Los, die Belohnung interessiert uns nicht. So, danke Partner. Endlich ein junger Mann, der sein Geld wert ist. So. Äh, die Belohnung werden wir früher oder später sowieso erfahren. Dickes Seil. Pflanzenpasser brauchen wir dafür. Die müssten wir aber eigentlich doch nur in der Kiste haben. in der Kiste haben. Ja, schnell. Dann Montage. Haben wir den Zaun hier schon im... Wahrscheinlich müssen wir erstmal dann... Oder... Ach ne. Wir können einfach hinlaufen. Ich dachte, wir müssen den möglicherweise konstruieren. Und das Teil bauen. Aber anscheinend... Reicht es, wenn wir da einfach wieder zurücklaufen. So, bestätigt. Da drüben ist er. Gute Arbeit, junger Mann. Mit Handwerken wie dir wird Sandrocks sicher bald wieder in Topform sein. Ich melde mich bei dir, wenn ich Arbeit habe. Und du weißt ja, wie man sagt. Wenn du mir den Rücken kratzt, kratze ich dir auch deinen. Na gut. Ich sag jetzt nicht so. Äh. Du weißt, wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Verstehst du? Quid pro quo, wenn du willst einen Austausch zum gegenseitigen Nutzen, sag ich. Du beschließt dich langsam zurück zu 10. Okay. So. Paar Scheibenbrot. Und ein Beziehungsbonus. Okay. Mit einigen Leuten. Mit der ganzen Familie sozusagen. So. Dann. So. Dann. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder etwas Geld durch die ganzen Aufträge. Und wir haben. Wie sieht's denn hier aus? Was wollen wir denn noch? Die Achs wollten wir herstellen. Da fehlen uns Kupferschrauben. Wo können wir die machen? Wo kriegt man Kupferschrauben her? Ofen? Komma hier. Okay. Ich glaub, die müssen wir kaufen, die Kupferschrauben. Weil die kriegen wir, glaub ich, auch nicht aus dem Kupferschrott hier. Äh, Kupferschrott. Aber wir können mal überlegen, was wir als nächstes recyceln. Ich glaub, ich mach nochmal Kupferschrott. Oder. Na, machen wir mal schräg. Ich schaue nicht. Ich bin schrott. Warte, die Stange ist voll. Okay. Ach, ne. Wir haben noch Gummi schon drin. Okay. So. Warte. Mal hier. Warte. Da hab ich... Mach's buffeln. Jetzt... Ich tue mal das Brot da rein. Chol. Mach's buffeln. Okay. Ich wollt auch noch in Forschungszentrum gehen. Vielleicht ist das jetzt ne gute Uhrzeit. Und wir haben noch zwei Beschkeit, die wir verwässern können. De очень hilfl capt astrology darauf. Werkstatt, was machen wir denn? Lernwissen, Trastproduktionswissen oder Werfwissen. Maximale Erhöhung des Wertes durch Möbel um 10% erhöhen. Was heißt das Werfwissen? Möbel herstellen ist vielleicht was, um Geld zu verdienen. Das wäre vielleicht eine Idee. Dass wir Möbel herstellen, das wird wahrscheinlich eine gute Geldquelle sein, wenn wir eine Geldquelle brauchen. Ich frage mich, ob ich nicht erst Mastproduktion erhöhe, Werkstatterfahrung, die du Gegenstände hältst, die du Maschinen Werkstatt herstellst, erhöht dich um 10%. Ich mache trotzdem Alarm an jeder Seite 1 und Soziales. Als erstes Punkt in Soziales. Auftragswissen. Die soziale Erfahrung, die du für die Ausführung von Aufträgen erhältst, um 10% erhöhen. Die du durch die Interaktion mit Stadtwohnen erhältst, um 10% erhöhen. Dann machen wir erstmal das hier. Bestätigen. Dann haben wir das hier. Gehen wir mal. Und gehen mal in den hier rein. Dann ist sie. Womit. Plaudern. Na gut. Beziehung. Hände ich diesmal nicht vor. Borschen. Das wollte ich machen. Wir haben die Frage Schleifer. Klasse 3. Borschen. Ja. Einen Tag verbleibend. Okay. Machen wir jetzt mit denen hier. Wir sollten mehr darauf achten, da die Sachen immer zu erforschen. So lange. Am besten pro Tag immer einen einzelnen Auftrag geben, wenn wir uns fertig ist. Dass wir an sich permanent forschen. Habe ich bisher nicht gemacht. Aber wir haben es doch nicht so, so beeiligt. Hier war ich verblegen, ob ich hier einfach die Schrauben kaufe. Das waren zwei, glaube ich. Hier den Schleif stellen können wir auch kaufen. Dann gucke ich erstmal, ob wir den nicht herstellen können. Nein, den können wir nicht herstellen, das hatte ich ja schon mal geguckt. Ja, ich hätte dich vorher dran erinnert. Dann kaufen wir noch mal den. War es einer oder war es zwei? Ich glaube, es war nur einer. Der ist auch teuer. Ich vergleiche zu dem anderen. So, dann die Axt hier herstellen. Wir haben noch Zeit. Dann gehen wir noch mal hin und verkaufen die Axt. Mal zwei Axt. Mal zwei Axt brauchen wir nicht. Mal zwei Axte. Verkaufen, die Axt bestätigen, bestätigt, okay. Wir haben noch voll viel Energie, wir hatten an dem Tag kaum Energie verwendet, beschwendet ist es ja nicht, oder machen wir hier noch mal ein bisschen, ne, nicht Steinschrott, ich dachte vielleicht ein paar Hartsteine klopfen, aber machen wir erstmal hier den Müllberg aufbauen. Wir können auch mal wieder an die Mine gehen, wollen wir auch länger, dann nicht mehr. Und dann haben wir eigentlich genug Rohstoffe. So, dann nochmal hier ein bisschen. Da haben wir noch irgendwas fliegen lassen. Mein Winter ist wohl schon wieder. Ich frage mich, ob ich mich trotzdem erstmal angreife. Ich lasse mich halt immer in was liegen. Beziehungsweise, ich kaufe nochmal Inventarplätze nach. Das ist mir doch etwas zu schnell voll. So teuer sind Inventarplätze nicht. Okay. Und ich lasse mich hier. Soll. So, dann aber... Wollen wir denn noch was? Da haben wir noch welche. Was wir immer mal was mit Leder machen. Was das bei Yakima? So. Wir haben mal kurz Tiere geschlachtet. Und dann gehe ich ins... Ah, jetzt ist es schon zu spät. Ich wollte eigentlich von Mitternacht im Bett sein, aber wir haben uns leider noch etwas spät. Gerade so. Dann werde ich mich nicht komplett erholen. Bestätigt. Ich bin doch komplett erholt. Achso. Mal gucken, was jetzt der Tag bringt. Forschung haben wir, wenn es fertig sein. Wir können nur einen Auftrag annehmen. So. Brief. Forschungszentrum. Ja. Ja. Wir haben eine Anleitung. Mal gucken. Mal gucken, was das denn aus. Was würde der Bau davon brauchen. Das war der Schleifer. Schleifer. Äh. Schleifer. Hier. Zusammensetzen. Jetzt. Alles. Einmal machen wir ein paar mehr. Ich mache ein paar mehr. Was haben wir noch? Vorste Stangen haben wir schonmal. Nur noch die Ziegelsteine. Okay. Auffüllen. Was haben wir denn? Jetzt mal rein. Okay. Dann. Können wir erstmal links Auftrag nehmen. Oder wir gehen zu den Punkten, die wir da weg hatten. Sollen wir denn mal Missionen offen? Keine mehr, denke ich. Ja, genau. Keine Mission offen. Wir können neue Missionen anfangen. Einmal hier. Bronzestangen. Ja, das machen wir. 3 Tage Zeit für 8. Sollte kein Problem sein, denke ich. Vielleicht habe ich sogar noch welche. So, ich kann wahrscheinlich immer noch keinen zweiten machen. Also. Ich wollte hier mal gucken, ob ich irgendwas in Anleitung kaufen kann, was man möglicherweise tut. Amortiegel. Was könnte was sein, was man gut verkaufen kann? Eine Bank vielleicht. Oder einen Bürostuhl. Einfach Holzstuhl. Einfach Holzstuhl. Also, da spreche. Holzkästchen. Ja, hab ich doch schon. Mal gucken vom Preis her, was ist das teuerste? Die Werksbank. Aber ich denke, das hier ist ein allgemeines Möbelstuhl. Dementsprechend wird das eher verkauft sein. Ja, machen wir das hier mal. Und gucken mal, ob wir das mittleren Arbeitstisch brauchen wir dafür. Okay. Haben wir gar nicht. Nicht verkauft. Wenn man eine Bank herstellt, kann mit Holzbrett und Leder einen Preis, äh. zu einem anderen Preis, um Arbeit zu checken. So. 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 Was erforschen wir? Bökerlicher Schreifer, bökerlicher Ofen, äh, wie der Verwetter? Herzkrafterei, äh, Tau-Sammler, machen wir mal Tau-Sammler, weil da gibt es noch eine weitere Stufe. So lange? Womit! See you later! Wo gehen wir als erstes hin, da zu dem Punkt? Wo ist da drin? Womit! Warum sind wir noch hier? Wollen wir noch eine Handout? Nein. Jetzt hör mal hier. Als ich dein Alter war, habe ich 15 Jackmull, 45 Geschmack, 12 Brüder und Schöne, und niemand, nicht einmal, nicht immer. Ich sagte, niemand gab mir nichts für frei. Niemals hat er mir etwas geschenkt, ich möchte auch einen Auftrag, kein Geschenk. So fragte ich mich jetzt, was in der Sam heck würde ich tun, wenn ich... Ich frage mich also, was zum Teufel ich tun würde, wenn ich... Du entscheidest dich, langsam zurückzuziehen. Okay, dann können wir den nicht... Gut, du bist zurückgekommen, das ist schnell. Ah, ja. Jetzt, woher gehst du weg, gehst und fragen für Handouts? Wenn gute, honest, hard-working Leute, wie deine wirklich, sind raus in den Fällen, brechen ihre Beine, schweiten ihre Beine. Du entscheidest dich, langsam zurückzuziehen, dass wir den mehrmals ansprechen. Okay. Ranch Teilzeit Arbeit. Lass dir vom alten Coop etwas sagen, wenn du zu mir kommst, gebe ich dir gutes Geld, echtes Geld, wenn du den Code von der Ranch aufhilfst. Also, wie sieht's aus? Sicher. Schon wieder da. Du weißt ja, dass das Verdankt lange dauert, den Miss wegzumachen. Bist du hier, um mir noch einmal unter die Arme zu greifen? Seja! Okay. So. Gibt's hier ein Missionsding, irgendwas, was dazu der Mission steht? Okay, wir haben schon alles. Wir hätten auch schon gleich am Anfang alles haben können, weil... Ja, Wasser wäre eine gute Idee. Ich gehe gerade noch den Auftrag abliefern und... Wo ist er denn? Da ist er. Dann... Nehmen wir schon Wasser. Bist du immer noch nicht damit fertig? Das will mich auch sehen, was stört... Was stört es dich wirklich so sehr? Okay. Dann. M-Mission? Er Goob hat ja... Ups recibirbert expliqué zur Hilfe des Geschenkes, das sie zurückgelassen haben. Ja. Hab' ich gedreht. Und? Sieht aus, als würdest du schnell arbeiten, gar nicht schlecht, halte die Augen offen, ich bitte von Zeit zu Zeit einen Job an, egal, komm zu mir, äh, nimm deinen Lohn. So lange, Partner. So, dann haben wir da drüben noch irgendeinen Punkt auf der Karte, wo wir das machen können. Und dann müssen wir die Bronze mal in Auftrag geben. Wir sollten noch mal in den Wasser gucken, wenn wir gerade ein, wo wir hier sind. Okay. Dann müssen wir das wieder öffnen. Und dann können wir das wieder öffnen. Schöne die Gäste. So. 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 Er ist kürzlich, aber heiliglich kürzlich. Ursprünglich wollte ich versuchen, seine Freundin zu sein. Ich bringe Erhöhungen zu ihm und versuche, eine Konversation zu bringen. Jedes Mal, dass er mich schreit oder mir sagt, dass er ihn zu sein hat, war es... wunderschön. Dann sagte ich, dass sein Hund weggeht. Es ist wichtig, dass du in 24 Stunden wieder in 24 Stunden leben kannst. Dann lasse der Hund dich auch rauskriegen. Es ist auch unbekannt. Es ist noch ein Wunsch. Der Hund würde dich auch wegnehmen. Sein Hund würde dich auch so armen. Zum Beispiel, er ist auch unbekannt. Das ist auch unbekannt. Aber was ist das Wunsch zu machen? Es ist unbekannt, dass du, in 24 Stunden leben kannst. Lass das Hund auch, dass du dir auch wegkriegen. By the way, could you also help me check if he's changed his opinion of me or not? The end of the day is the end of the day. What do you think? müssen wir müssen wohl nicht folgen wir mal den pfeil der minimap auch immer der hin zeigt wo ist er denn warum ist er hier ich habe ein avion mit dem liefung ich habe ein avion mit dem liefung danke sehr Danke sehr, sehr, sehr. Ja, was du willst? Ah, du musst du für den Dok? Wir haben etwas für dich. Für eine neue Person. Ja, erzähl uns was passiert. Should be safe. Should be, should be. Okay. Hiya. Ich dachte, vielleicht reden wir noch mal über den anderen Typen, aber wollte er wohl nicht. Willst du nicht weggehen schon? Oh boy, it's you. Ah. Ich meine, ich erwarte nicht, dich wieder zu sehen. Also, ich hätte nicht erwartet, dich jemals wiederzusehen. Möchtest du mir ein paar weise Worte auf den Weg gehen? Ich werde dich vermissen, Mason. Ich werde dich vermissen, Mason. Weisworte sind nicht sein Ding. I'm... Sorry, you feel that way. Es tut mir leid, dass du so denkst. Okay. Moment, jetzt da lang. How did it go? Did you make the delivery? How about Fang? Is my exile still in effect? How did it go? Hast du deine Lieferung abgeschlossen? Was ist mit Fang? Am ich immer noch im Exil? Uh, ich... Ich habe vergessen zu fragen. Ja. Ich erscheine immer noch sauer. Oder ich habe vergessen zu fragen. Ich habe eigentlich nicht vergessen zu fragen. Ich habe eigentlich nicht vergessen zu fragen. Ich habe nicht die Möglichkeit, nachdem ich das Ding gemacht habe, nochmal zu fragen. Ich habe vor dem Zeitpunkt die ich den Sieg machen mache, dann wird er sich gehalten. Wichtig ist, Builder. Du kannst sicher sein, dass ich nicht vergessen habe, wie ich für deine Hilfe habe. Aber ich fühle mich, dass du etwas besonders特別 zu verdienen. Lass mich um es ein bisschen denken. Ich werde dich sicherlich entspannen. Okay. Ja, beziehungen können wir später nochmal wieder herstellen, also ja, mit geschenken kann man ja sowieso irgendwie umkommen wahrscheinlich. So, das setten wir. Ähm, ja. Spielsteine. Spiel mal mit. Spiel nehmen. Leifer, mal gucken. Ähm. Guck mal das. Inventar. Wo tun wir den denn hin? Wie lange wird der Platz so eng? Ja, machen wir ihn hier mal hin. Wie lange müssen wir dann irgendwann hin? Wie lange müssen wir über die Erweiterung? Äh, nicht da. Äh, was muss das passieren? So. Ah, hier können wir die Schrauben herstellen. Und Revolver-Munition. Geht ja auch so weiter, da können wir mal wieder was reintun. hier können wir noch irgendwas bearbeiten. Ich weiß grad nicht, was es braucht. Und da können wir die Schrauben herstellen. Ja. Das ist noch kurz, was ist eigentlich Subtrade. Ok, Bronze Stab können wir herstellen, Blutsteinkern nicht, Bronze Rohr können wir auch herstellen. Können wir hier das Upgrade schon kaufen? Marmorplatte haben wir, Marmor haben wir eingesammelt, nicht Marmorplatte. Marmorplatte haben wir das Rezept zu verkaufen, Marmorplatte können wir herstellen. Alte Teile, ja, Anleitung benötigt, ok. Ja, können wir auch hier mal gucken, was die Anleitung für den mittlerer Arbeitstisch ist, ok. Wir brauchen wahrscheinlich einen mittleren Arbeitstisch erstmal. Mittleren Arbeitstisch, ja, wir brauchen einen mittleren Arbeitstisch. Als nächstes. Hartholz. Verarbeiter. Dann machen wir Hartholz statt fünf Stück. Geschäften in der Nähe erhältlich und kann man auch unten nehmen. Anleitung für Marmorplatte. Und ich wollte schon mal gucken, was die Möbel kosten. Na. Brauchen wir die Marmorplatte? Äh, die. Die Anleitung dafür? Möbel. 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 Ja, wo können wir denn die Marmor verarbeiten, okay. Für Marmor. Marmor-Ziegel. Für Marmor-Ziegel brauchen wir eine Anleitung. Ach ja. Also, Marmor-Ziegel. Marmor-Ziegel, da haben wir es doch. Marmor-Ziegel. Marmor-Ziegel. Okay. Ok. Wahrscheinlich müssen wir die Marmorziegel an dem Band drücken. Ich habe mir schon gedacht, dass wir hier ein Marmorziegel haben. Dann können wir hier einsammeln, etablieren und dann machen wir jetzt, wie viel waren das? Wir haben heute kaum Energie verwendet, um irgendwas zu sammeln. Ich glaube, ich gehe nochmal hier hin und mache nochmal. Ja. Ja, 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 ja. noch mal um die Reifen Naja, gehen wir mal hin. Was soll's? Nächster Tag. Wir müssen jetzt nicht in die größte Anzahl von Tagenschaften erspielen. Wenn ich aber nicht so was wollte, wenn ich nicht hier bin. Genau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und dann gehen wir da hin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß gar nicht, was es ist, die sie gegen uns haben. Geht ihr euch mit dem Oasis helfen? Je länger sie sind im Wasser, desto höher ist der Risiko der Kontamination. Also müssen wir schnell! So höher ist das Risiko der Kontamination. Wir müssen uns also beeilen. Okay. Hey, ich sah dich zu helfen. Danke. Wir haben es alle. Wenn du in der Trash gefunden hast, kannst du sie behalten. Ist das nicht großartig? Okay. Dann gehen wir jetzt zurück. Und wir gehen jetzt mal den Dings in den Ofen neu aufgeben. Kupfer rausnehmen und dann die Marmorziegel. Darmieren. Hier haben wir Marmorziegel. Und den Auftrag schieben wir noch ab. Drüben? Okay. Aufrag aus Sandrock. Hier bestätigt. Danke Handwerker. Weißt du, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so wenig für uns reden mit einem Handwerker war. Weiter so. Okay. Das war erledigt. Nach dem. Können wir einen neuen Auftrag annehmen? Wieder Verwertung. Kein Kraftfluss mehr. Okay. Dann gehen wir gerade mal hier hin und machen mal den Kraftfluss wieder rein. Dann gehen wir hier hin und gucken mal was das nächste Aufrag wird. Weiter. Holzstock. Äh. Holzbretter. Was nehmen wir denn? Holzbretter. Holzstock. Dicke Seile. Schleifsäge. Holzbretter. Ah, ich glaube wir nehmen mal die dicke Seile. Nein, bitte. Oh, danke. Und ich bin sowieso. Du nicht mal dieses Video in meiner att Kabine. Ja, ich bin doch nicht. Ich bin nicht. Ah, der was, dass ich es nicht sein kann. Auf, das war richtig. Ich bin doch. Ich bin ja auch nicht. Wann bin ich ja auch nicht? Und ich bin ja auch nicht. So. Ich bin ja auch nicht. Und ich bin ja auch nicht. Hallo, bei den Städten ist eine andere Dier-Emergenzie. Du bist nicht falsch. Dein Timing ist immer so wunderbar. Miguel's Furniture hat gerade in den Städten. Miguel, was macht er wieder? Er stöhnt sich immer. Es muss finanziert werden. Auf jeden Fall, er ist mit seinen Verkaufungen ziemlich interessiert. Glückwunsch, habe ich meine Möglichkeiten. Ansonsten wäre er komplett aus Glück. Wie immer. Er ist in 24 Stunden. Lass uns unser perfektes Wachstum machen. Wie immer. Er ist eine Dier-Emergenziebende in 24 Stunden. Lass uns unsere perfekte Wachstum machen. rektor auf okay dann hat die unter endlich dass mich sehen ob irgendwas beschädigt Super. Kein Problem. Fine. Forget I said anything. Uh, what was I done? Ah, calm. Miguel was satisfied with his purchase. Haha, another perfect rating for by the stars. Miguel war mit seinem Kauf zufrieden. Haha, eine perfekte Bewertung für bei den Treffen. Okay. Das hätten wir erledigt. Dann diese Seile herstellen. Und dann können wir das gleich direkt abliefern. So. Hier, Auftrag. Geht nicht... Boah, was habe ich... Ich diesen... Wann habe ich diesen Auftrag noch einmal ausgeschrieben? Äh, das ging ja ganz schön schnell. Warte nur, bis ich meine Jagme... Äh, meinen Jagme davon erzähle. Okay. Dann haben wir wieder was erledigt. Und... Und... Was machen wir jetzt den Rest des Tages? Äh, Forschung haben wir noch in Auftrag. Die Mission hatten wir halt schon. Dann können wir wirklich in die Mine gehen. Einmal runter. So, hier Level 5. Betreten. Das war so. Das war's für mich auch nicht! Ich bin ja. Du hast gesagt, sieht man. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Okay, jetzt geht's. Oh, ja. Äh, jetzt können wir mal haben. da ist mir irgendwas jetzt auch runter ich weiß nicht, was hier drin ist naja Da oben ist der Ausgang? Okay. Ah komm. Irgendwie... Okay, irgendwie komm ich gleich. Jetzt vielleicht? Okay, jetzt mal hier noch was hier ist. Ah komm. Das ist auch hier mal größer, bevor ich dann noch mal ein paar Mal... Aber jetzt geht's. Immer noch was? Äh. Ja. 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 alles oben da gibt es noch was da geht es weiter runter obwohl ich hier auch gleich hab was Musiker lassen lassen ja ein bisschen was haben wir wieder gesammelt Wir haben halt schon gleich 23 Minuten Wir haben halt schon gleich 23 Minuten ein geheimnis von einem Mann ist erschienen naja ach was ach ist jetzt heute für Tagesordnung steht Good day How are you? Guten Tag Tigi Wie geht es dir? I just remembered that we haven't introduced you to desert farming yet We have a nice gentleman by the name of Zeek working on a moisture farm north of town Mir ist keiner gefallen dass wir dich noch nicht in die Wüstenlandforschrift eingeführt haben Wir haben gerade einen netten Herrn namens Zeek der auf ein auf einer Feuchtigkeitsfarm nördlich der Stadt arbeitet If you want some pointers on farming you should go talk with him I've already given him a heads up that you'd be coming The farm's a bit far though so you might fancy taking a yakmal cart Wenn du ein paar Tipps für Landwirtschaft brauchst sollst du mit ihm reden Ich habe ihm schon vorgewarnt dass du kommst Die Farm ist allerdings ein bisschen weit weg also sollst du vielleicht eine Jackenmüllwagen nehmen Nun, ich bin auf dem Weg um zu sehen, wie es Coop geht Nun, ich bin auf dem Weg um zu sehen, wie es Coop geht also wünsche ich dir einen schönen Tag Bis dann Okay Okay Äh, hier haben wir das hier Dann Äh, wie viel haben wir Wir brauchen eigentlich hier Sind wir überhaupt in der Nähe von Marmorplatten 5 5 Marmorplatten Eine können wir herstellen Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Marmor Und ich wollte Wir hatten nur noch Missionen Missionen Mal gucken, wo das Missionsziel Sonst hin wird Auch noch nicht besichtigt Was das hier ist Hört sich an, als ob da äh, drinnen gecampt wird Soll es eine Waffe ausgerüstet haben Bist du bereit? Ja, verstetigt Die Echsen greifen die Farm an Ich muss dringend was dagegen tun Okay Naja So schwer finde ich jetzt nicht Naja Naja So schwer finde ich jetzt nicht Ja Ha 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 Now ain't the time for Pleasantries, your big Palooka. Look around. The whole Moisture Farm is trashed. I can't believe those darn Listermen could be so audacious. This is a clear escalation. The good thing about Plants, Justice, is that they grow back. We'll be fine. Is that thing over there important, Zeke? It looks pretty busted up. Oh yes, the Hydrogel. All the crops will die without that. What? You're joking, right? I can never tell if you're serious or not. I'm going to buy a coffee. So in 40 minutes I'm back. In 40 seconds. Do it. Do it. Do it. Do. Do. so dann weiter das ist ein scherz oder kann ich sagen ich bin froh, dass es nichts lustiges ist ohne eine verwendung, könnten wir in dire straßen das ist etwas, mit dem unser neuer handwerker helfen könnte, oder? klar schaffe ich das das ist die richtige Einstellung, Handwerker das Hauptbestandteil der Feuchtkraftmaschine ist ziemlich selten die Hauptbestandteil der Feuchtkraftmaschine ist ziemlich selten und es sieht so hallo guten Morgen Daniel liegt äh und es sieht so aus als wir einen neuen Keyweiss vielleicht etwas, du solltest mit ihm sprechen weißt äh weißt du früher oder später Okay, Bukaroos, sieht aus wie wir uns einen Plan haben. Zeke, schau auf den Pfad. Du, gehst auf den Cheese und figuren, wie das Hydro-Thing. Unsure, du bist mit mir. Lass uns den Perimeter beschreiben. Ja, ich denke, unser bestes Wett wäre, zu fragen Chi. Ja, ich denke, am besten wäre es, Chi zu fragen. Er weiß vielleicht ein oder zwei Dinge über das Hydro-Gel. Für den Rest des Schadens werde ich wahrscheinlich einfach den anderen Hardwerker um Hilfe bitten. Außerdem kannst du das alte Hydro-Gel wiederverwenden. Gehe und haue ein paar Mal mit deinem Spitzhammer drauf. Wende sein Leben. Good luck, Builder. Seriously. Everyone is going to be counting on you. Viel Glück, Handwerker. Im Ernst. Jeder wird auf dich zählen. Ja, dann lass uns arbeiten. Los geht's. Wo ist er? Hier. Einmal das richtige Tool auswählen und abbauen. So, okay. Dann gehen wir mal zu Key. Gucken wir mal was. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Datentisks. Wir haben auch noch welche. Ich gehe unten dann. Wenn er in seinem Forschungsring ist. Muss ja hier jetzt sein. Vielleicht. Hier die Tür müssen sein. Da ist er drauf. Ja? So. Ja. Sind Sie hier für das Hydro-Gel? Ich habe gehört. Ich habe ein paar Ideen darüber, wie man einen machen kann. Aber schnell, bring mir 5 Datentisks. Und ich bin sicher, dass wir diesen Feebo-Challenge überleben können. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese schwache Herausforderung meistern können. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Menschen hierher auswählen können. Nein, das letzte habe ich nicht entworfen. Das haben die Einheimischen hier irgendwo ausgegraben. Weniger Reden, mehr Datentisks. Gut. Das wird gut. Ich schicke das Diagramm direkt in dein Postfach, wenn ich mit der Recherche fertig bin. Oh, und noch etwas. Ich bin ziemlich sicher, dass eines der Materialien, die du dafür brauchst, ein Kondenser, kann bei der Breach sein werden, eine Ruhe in der Stadt, die durch die Civil-Kur für ein paar Jahre alt wurde. Oh, und noch etwas. Ich bin sicher, dass einige der Materialien, die du dafür brauchst, ein Kondensator im Bruch gefunden werden kann. Eine Ruhe in der Stadt, die seit einiger Zeit von den Civil-Kurps gesperrt ist. Sprich mit Justus darüber, damit er dich hineinlässt. Das wäre alles. Goodbye, Builder. Das wäre dann alles. Auf Wiedersehen, Handwerker. Okay. Der will uns da raus haben. Ich weiß nicht, ob das egal ist, welche Tür wir verwenden. Ah, vielleicht hat er... das war's. ...igermis. So, wo müssen wir jetzt hin? Vielleicht will ich jetzt gut aus... ...und... ...wachen. Du musst den Bruch besuchen? Hm, ich weiß nicht. Der Bruch war früher eine verlassene Ruine, ohne Monster drin. Sie war sicher für Ruidentaucher, aber seit kurzem tauchen sie wieder auf, also haben wir sie bis aufs weitere geschlossen. Wir haben es gesäubert, aber es gibt noch einige Monster drin. Auf der anderen Seite, das ist die Sache für uns Leben und Tod, nicht wahr? Ja. Ich denke, ich werde diese Zeit eine Exception machen. Okay, Builder. Ich weiß, dass du dich selbst aufhören kannst. Ich werde die Ruinen für dich öffnen, aber be vorbereitet. Wir wissen noch nicht, warum die Monster plötzlich wieder aufgetaucht sind. Also sei vorsichtig. Wahrscheinlich können wir da in den Ruinen jetzt auch mit dem Bruch auch deutlich bessere Sourcen abbauen. Oh, und hier liegt schon wieder Müll rum. Immer dieser Müll. Okay. Ist ja überhaupt der anderen Seite. Ich dachte, möglicherweise Karte. Okay, da ist es. Aber dann wollte ich hier trotzdem mal gucken, wegen... Ach nee. Wir hatten ja, glaube ich, schon alles. Guck, guck. Oder was hatten wir noch an Mission? Keine mehr. Also, ja. Dann gehen wir zum Bruch. Oder wohin auch immer er uns das hinschickt. Das wäre jetzt dieses andere Gebiet, was er auch abgesperrt hat. Oder das wäre das verlassenen Einkaufswertum. Also hier ist der Bruch. Äh, wo haben wir es? Da war doch irgendwo ein E. E prüfen. Bitte den Bruch empfohlen. Stufe 10 bis 12 bestätigt. Ich glaube, wir sind gerade... Welche Stufe sind wir denn? Ich weiß gar nicht, ob wir... Stufe 12. Also passt. Oder das Target Group? Das können wir verwenden. Was passiert dann? Okay. Würde gefährlich werden. Ich gucke erstmal, wie viel Text das ist. Zwei Blätter. Okay. Aber es sagt, es würde gefährlich werden. Er hat wirklich geglaubt, dass es einen Krieg geben wird. Ich habe vorhin nicht auf die Nachricht geachtet, hätte ich das mal. Ich bin immer noch geschockt. Mein Akku ist schwach. Vor sechs Tagen ist das Essen ausgegangen. Ich habe das Gefühl, ich sollte alles aufschreiben, bevor es endet. Vielleicht findest du jemanden eines Tages. Vielleicht findest du das jemanden eines Tages. Also legen wir los. Ich bin an diesem Tag in die Schule gegangen, laut Papas Anordnung. Ich dachte, ich würde ein paar Hausarbeiten erledigen. Und dann mit Freunden auf V-Talk chatten. Gegen Mittag, als ich gerade mein Mittagessen beendet hatte, gab es draußen einen Knall. Und ein blendendes Licht. Dann begann der Boden zu beben. Und die Mauern brachen in zwei Hälften. Unser Haus wurde fast seitwärts geschleudert. Ich war verängstigt. Mama kam angerannt und zog mich in die Badewanne. Dann schüttelte. Und der Krach dauerte ewig. Mama hat mir die ganze Zeit nur fest umarmt. Als das Schütteln endlich aufhörte, lag unser Haus in Schutt und Eichel. Tatsächlich lag mein ganzer Nachbarschaft in Trümmern. Rauch und Stab erfüllte die Luft. Handal. Unser Haus-KI wurde unter einer Mauer zerquetscht. Mama hat versucht, Papa anzurufen. Aber das Netz war ausgefallen. Ich erinnere mich an einen Notfall-PA, die den Leuten sagte, sie sollen in ausgewiesene Notunterkrüften nach Hilfe suchen. Also schnappten wir uns, was wir konnten und machten uns auf den Weg zur Nächsten. Es gab wirklich nichts mehr, was an Straßen erinnerte. Wir kletterten und wanderten einfach durch die zerstörte Landschaft. Das Tierheim war nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Aber anstelle des Tierheims befand sich dort nur noch das Kutzmuseum von der anderen Seite der Stadt. Ich glaube... Ich brauche mal einen Kaffee. Ich glaube, das war der Punkt, an dem mir dämmerte die Welt, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Der Himmel wurde sehr dunkel. Ohne Licht konnte ich nicht einmal mehr meine Hände sehen. Seit dem Ereignis war ein paar Tage verdankt. Wir konnten Papa immer noch nicht finden. Mama weint, als sie dachte, ich sei am Schlafen. Wir trafen uns mit einigen anderen Überleben. Wir waren etwa 30 Personen und wohnten im Kunstmuseum. Sie sagen, dass um den Mond herum immer noch gekämpft wird und dass unsere orbitalen Plattformen alles zerstört wurden. Ich neige dazu, sie zu ignorieren, wenn sie darüber diskutieren. Ich wollte nicht darüber nachdenken. Unsere Gruppe schaffte es, was zu essen und zusammen... Aber es ist dann immer noch kein Anzeichen von Recht und Ordnung. Es schien, als wäre die Regierung ausgelöscht worden. So. Gehen wir da lang oder gehen wir da runter? Wir haben keinen Jetpack hier drin. Können wir hier rüber? Ne, können wir nicht. Ich sehe die investigate, dass wir hier nicht drin können. Okay, sie sind schief. Ich zage sie mitmelde. Feuchtigkeitsverfahren. Suche da den Kondensator. Okay. Ich wüsste wie so einer aussieht. Ach, da ist noch ein Gegner. So. Die Kondensator sind hier auch unten. So und da haben wir ein weiteres Teil vom Tagebuch auch. Dann sammeln wir das mal. Ach, wir haben. Unser Inventar ist voll. Die Frage gehen wir erstmal raus und legen Inventar ab. Dann machen wir das, bevor wir wieder... oder kaufen wir uns noch mehr Inventarplätze wegkaufen. Wir müssen in die faule Variante, weil Inventarplätze brauchen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann. Kaufen wir uns nochmal 10 Inventarplätze. Teil 2 vom Buch. Okay. Escape. Inventar. Das ist Teil 2. Einige Tage danach wurde unsere Gruppe von zwei Männern mit Waffen angegriffen. Mr. Apri konfrontierte sie. Sie haben ihn erschossen. Der Große hat uns gesagt, dass sie das Gesetz sind. Wenn wir überleben wollen, müssen wir ihnen zuhören und tun, was sie sagen. Wie sind wir von einer Zivilgesellschaft dazu gekommen? Ein paar Männer leisten Widerstand und es herrschte Chaos. Meine Mama nahm mich mit und wir rannten in die Dunkelheit hinaus. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir gelaufen sind. Aber wir haben erst angehalten, als wir einen Riss im Boden erreichten. Beim Laufen haben wir nicht viel mitgenommen. Ich habe mein Handy und Mama hat ein paar Riegel, aber das war's. Es war kalt. Da wir keine Aufmerksamkeit erregen wollten, beschlossen wir den Riss hinunter zu klettern. Nun, es war eher wie eine massive Schlucht, in der Wolkenkratzer begraben waren. Ich wusste nicht einmal, dass wir Waffen haben, die so etwas können. Wir haben ein Fenster zerschlagen, um eines der Gebäude zu betreten. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Bürogebäude handelte. Darin lagen viele Leichen. Einige Gebäudeteile hatten noch Strom. Mama versuchte sich im Netz einzulocken und Papa zu kontaktieren, aber das Netz war immer noch ausgefallen. Die Cleaner-Bots kreuzten Silos herum, wahrscheinlich ohne Verbindung zu ihrer All-Source. Es gab Decken im Büro, aber mir war trotzdem kalt. Ein paar Tage später ging uns das Essen aus. Mama durchsuchte das Gebäude, fand aber kein weiteres Essen. Sie schien schon geplündert worden zu sein, aber beschloss, nach draußen zu gehen, um nach Essen zu suchen. Sie sagte mir, ich sollte zurückbleiben, weil es gefährlich sei. Ich antwortete ihr, sie soll nicht gehen. Ich bat sie, Mama ahnte mich und sagte, ich sollte tapfer sein. Dann ging sie. Das war vor vier Tagen. Sie ist immer noch nicht zurück. Ich habe die meiste Zeit verschlafen. Ich habe Träume, in denen Mama und Papa mich zum Strand mitnehmen. Dann würde ich in der Dunkelheit aufwachen. Ich weiß nicht, was ich als nächstes schreiben soll. Ich habe Hunger. Mir ist kalt. Ich vermisse euch, Mama und Papa. Es tut mir leid für all die Male, in denen ich euch ergebreitet habe. Ich würde alles tun, um das wieder gut zu machen. Ich liebe euch. Ich schätze, ich werde euch hier aufhören. Mein Name ist Gordana. Ja, traurig. Hi. Hm. Du lebst hier, ey. Ja. Es geht hier mal runter. Aber wenn wir unten sind, wie kommen wir wieder hoch? Ja, nur sehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das gemacht hat. Wahrscheinlich hat es mich geheilt. Okay. Hier haben wir wohl das schwierigere Kampf. Ich bin viel zufrieden. Da macht es auch Sinn, mal auszubehalten. Nein, das ist sick. Ah, hier ist mein D-Bad-Bad. Okay. Ah, komm. Komm, halt schon oben. Oh, das ist ein Ass-Pon. Was ist das? Was ist das? Okay. Der flüchtet. Was sieht aus, als wird die Giga hier durchkommen. Sobald ich einen Konzertag gefunden habe, sollte ich das Loch pokieren. Das Loch pokieren. Okay. Dann können wir uns jetzt noch mal heilen. Das hätten wir vielleicht... Nee, das hätten wir vielleicht aufheben sollen dafür. Holzbretter. Holzbretter. Äh. Kann ich einfach einsammeln. Holzbretter zu öffnen. Okay, das wird wahrscheinlich der sein. Okay. Holzbretter. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr küsse. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht mehr küsse. das ist wahrscheinlich das selben holz was man oben findet dem entsprechen ist es auch egal jetzt können wir den eingang hier blockieren scheinen platzieren ja mach mal nachdem dieses nachdem ich dieses doch geschlossen hat sollte ich mich bei schassen wenn das loch stopfen und gehen verlassen ich möchte mich mehr umsehen mehr verlassen schau mal schauen wie spät es ist whoa hey there you are we were just about to come looking for you wahnsinn hey da bist du ja haben gerade justice was worried about you justice hat sich sorgen um dich gemacht uh yeah i started getting kind of nervous after sending you into the breach by your lonesome and you know a couple of hours went by wait did you say gigglers and you fought them all by yourself and then you closed the hole in there and then you closed the hole in there i see you know builder you don't have to make this action hero stuff up to try to make us think you're cool i already think you're cool aha war ich so handwerker du musst diesen action heading kram nicht auslenken um zu zeigen dass du cool bist ich finde dich schon cool ja ich auch ja ich auch so you just take it easy out there alright partner see ya ciao okay das haben wir erledigt drüben gibt es noch irgendwo nein da irgendwo ach hier wieder die wir wahrscheinlich wieder irgendwas ausgeliefert haben wo haben wir denn 13 Uhr das ist ein ganzes mal was macht der da mit der nase was macht der da mit der nase was macht der da mit der nase ich promise hinke promise absolut ich gebe dir eine rv und das ist der letzte r Hey, Mama. Danke, danke! Danke! Nächste Mal werde ich jemanden verletzen, denn das ist die letzte Zeit, um deinen liebsten Zeit zu benutzen. Nächste Mal nerv ich jemanden damit. Äh, äh, da ich jetzt das letzte Mal deine virtuelle Zeit benutze. Okay. Diese Leute müssen in Vivi's Clothes Shop tailor-made auf Mainstreet sein. Ich denke, Vivi hat einen ganz neuen Stylen. Ich glaube, der nächste Laden hier. So, dann gehen wir mal rein. Mal gucken, wo's ist. Rufen? Ja, da ist er. Ain't these my dice from by the stairs? But why you here delivering them? I told that boy I can just walk over and get it myself. He wouldn't have any of it. Said he'd come give it to me anyway. Sind das nicht die Ferbennettel von bei den Treppen? Aber wieso liebest du sie? Ich habe dem Jungen gesagt, dass ich einfach rübergehe und sie selbst abholen kann. Er wollte nicht davon hören. Hat gesagt, er wird trotzdem kommen und sie bringen. Aber ich sehe, er ist ein tricksterer, der Arvio. Er hat dich für ihn zu machen. Ich sehe schon, er ist raufhiniert, dieser Arvio. Dich dazu zu bringen, es für ihn zu machen. Wenn er dem alten Mädchen eingefallen, sag ihm, dass er andere nicht seine Arbeit aufhalten soll. Okay. Die Spätis. Die Spätis. Mhm. 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 So. Das Spiel hat eigentlich auch eine ganz schöne Musik, finde ich. Da habe ich noch gar nicht groß drauf geachtet. Aber es läuft schön im Hintergrund. Also am Anfang, als sie viel zu laut war. Machst du, dass du alles alleine liefern kannst, ist sicherlich ein laboriouses Werk. Selbst wenn du es verhörst. Ich möchte meine tiefen, sincereren Danken. Oh! Könntest du das, was ich dir bekommen habe? Was ich dir als Bedrohung gegeben habe? Ich denke schon, du bist ein real-life Superhero. Also habe ich einen ziemlich excepteren Reward vorbereitet. Bitte akzeptiere! Ein exklusives Discount-App bei den Stairs. Ich halte dich schon für einen echten Superhelden. Also habe ich etwas ganz Besonderes als Belohnung vorbehalten. Bitte akzeptiere! Ein exklusiven Rabatt für dich bei den Treppen gültig für sieben Tage ab jetzt. Unglaublich, oder? Ja, unglaublich. Wow, wir sind wirklich alle wie zwei Pee in einem Pod. Nur die nächsten sieben Tage. Also komm und tschüss, tschüss! Wow, wir sind wirklich wie zwei Erbsen in einem Topf. Denk nur dran. Nur die nächsten sieben Tage. Also komm und kauf, kauf, kauf. Kaufen, kaufen, kaufen. Hm, ja. Na, ich glaube ich werde es nicht kaufen, aber... Äh, Missionen. Was haben wir denn noch offen? Nichts mehr. Hier drüben ist noch was bei dem... Bei der Farm. Können wir wahrscheinlich wieder Mist verkaufen, äh, abgeben. Oder sowas. Um alles einmal zu kaufen, was einfach passiert. Hupac wartet er dennf... Ati! Üh, Mensch, realtà moment. Schon wieder... da warst... Du weißt, dass es verdammt lange dauert, den Mist weg zu machen. Bist du hier, um noch einmal unter die Arme zu greifen? sicher ich verlangte aber nicht miss weg ja das hat er gerade ebenso gesagt wahrscheinlich haben wir schon alle miss den wir brauchen missionen ja wir haben genügend miss da ok und du mein freund schinkst danach gut okay ok dann haben wir das gucken wir noch mal auf unserer dings auf unserem unserer werkstatt werktisch wie ich die werkstatt genannt habe ja ok dann das upgrade wollte ich gucken alte teile haben reichlich quadrat brauchen wir auch noch machen marmorplatten war erstmal das wo ich nachgucken habe wir haben eine marmorplatte also wir brauchen mehr marmorplatten um den ausbessern ja wir haben hier auch noch welchen schrott verwerten wir denn jetzt wir haben gerade mechanischen schrott oder kupperschrott machen wir mal kupperschrott wieder wieder verwerten ich wollte hier in den ofen würde ich gehen marmortiegel da brauchen wir noch marmor für und ich wollte hier mal gucken möbel ach nee escape handbuch ich frage mich halt ob irgendwas praktisches zu bauen wegen verkaufen aber ich glaube ich hatte eigentlich von der bank dass wir die dann können wir noch ein bisschen steine klopfen ich glaube das waren die besten steine genau um ein bisschen marmor zu machen marmor 3 also wir brauchen 20 marmor wenn ich das richtig höppe 3 haben wir dinas war das das ist kies der bringt mir nicht so viel aber äh, die Steine, da will ich nicht den Kies. Ist das so ein Feststein, genau. Armer 4 hätten wir 7 Armer 4 11 3 14 Alter, das ist Kies Und irgendwas greift mich gerade an Armer 4, das heißt äh, links aber ich gehe erstmal hier drauf Was hatte ich gesagt? 18, glaube ich Nein, das ist Kies Aber nicht Ich hab jetzt gerade keine Lust So, Marmor 3 Das müsste dann reichen Guck mal, ob ich mich Dann gehen wir in den Ofen Und machen mal Marmor-Ziegel Wie hab ich gerechnet? Wir brauchen Ich glaube, wir haben viel zu wenig Ich hab mich total komplett irgendwie Weiß nicht, wie ich auf 20 kam Wir machen jetzt 5 Marmor-Ziegel Und wir brauchen Für eine Marmor-Platte brauchen wir 2 Marmor-Ziegel Wir brauchen 5 Marmor-Platten Das heißt 20 Marmor-Ziegel 20 Marmor-Ziegel Bedeuten aber 40 Äh 80 Also haben wir jetzt erst ein Viertel davon Okay Aber ich würde sagen Wir gehen trotzdem jetzt Oder können wir hier noch was machen? Können wir hier schon was Auf-Paketen? Marmor-Platten? Ne, wir haben gar nicht Steinschreiber Gehen wir Bestätigt Nächster Morgen Warte auf die Anleitung Immer noch Vielleicht ist auch die andere Anleitung mal fertig Gucken wir, was sie in der Post haben Ja Von der Kirche Von Wir wissen, die Lebensmörder Die Situation ist katastrophal Und nach einer langen Diskussion Haben wir vielleicht eine Lösung Kommen heute Abend Um 18 Uhr zur Versammlung Und wir werden ein wenig Licht In das Thema bringen Okay 18 Uhr heute Die versprochen Die Hydrogel-Anleitung Okay Haben wir die Anleitung Kivilkorps Wir sind in den Bruch gegangen Und haben herausgefunden Dass du die Wahrheit gesagt hast Wir waren so überrascht Wir haben das Loch Das du verschlossen hast Überprüft Das hält Das ist wahrscheinlich Die Quelle der Monster Wir haben auch Ministerin Mathilde Über den Vorfall informiert Wir haben gebeten Einen Plan auszuarbeiten Um die E-Klasse Aus der Umgebung zu vertreiben Und eine Belohnung Für jede Hilfe ausgesetzt Der Plan ist In dem Brief Freigefurt Es gibt noch Ein paar andere Monster In den Tiefen Des Bruchs Aber wir halten Sie nicht Für eine Kurzbetreuung Also wird Er als gefährliche Ruine Für dich geöffnet bleiben Damit du Handwerkszeug holen kannst Wann immer du Brauchst Sammeln Okay Habe ich jetzt noch Ungelesene Ungelesen Oh ja Kirche Du weißt sicher Dass Es der Tag Der Dass der Tag der Erinnerung Am 27. Vorsteht In den nächsten sieben Tagen Bis zum Tag des Festes Gibt es Sonderaufträge Auf den Auftragstafeln Wir brauchen jede Hilfe Die wir können Um die Äquationen So vorzubreiten Also wenn es nicht Zu viel Mühe ist Gehe bitte An das Auftragstafel frei Möge das Licht Dich immer finden Mathilde Okay Und das andere Forschungsding Du kannst Die Forschung visualisiert Fertig Es sind Anleitungen Du kannst sie auch Fehler begriffen Aber das wäre Zeitverschwendung Okay Dann haben wir jetzt Hier reichlich Neue Anleitungen Hydrogel Tür Hydrogel Kern Und den Tau Sammler Können wir natürlich Auch erst machen Das hier Ein paar Platten Gummischläuche Bronzeohre Machen wir mal hier Das Ding ist groß E-Kopferplatten Haben wir noch nicht genug Können wir hier glaube ich mal Der Arbeiter Kopferplatten Herstellen Das können wir noch mal Hier rein machen Bronzeohre Haben wir auch noch nicht genug Die werden aber auch glaube ich Am Dings Verhergestellt Äh R Verplatten Und Bronze Äh Gummischlauch Haben wir da nicht noch Haben wir noch nicht genug Gummischläuche Nein wir haben vier Müssen wir da auch noch welche machen So Äh Schleife Können wir hier noch irgendwas Ach da können wir die Brosse brauchen Da brauchen wir Äh Dings Die Ziegel Die haben wir nicht mehr Warten bis wir Okay Ich denke wir brauchen vor allem jetzt Zeit bis es Äh bis die Sachen hier fertig sind Und Bis dahin können wir Einerseits nochmal was in die Forschung gehen Und nochmal an das Auftragspot gehen Und nochmal an das Auftragspot gehen Aber erstmal gehen wir zurück Hier und gucken mal was wir als nächstes forschen Womit Äh Plaudern wir mal kurz Wenn wir schon hier sind Die Kugel Na gut Das Müssen wir nicht durchlesen Forschen Dann Ist die Frage was wir als nächstes Erforschen Vier Tage Okay 16 Daten Tiss See you later Ach wir haben auch noch Punkte Die wir hier geben können Wir haben hier fortgeschrittenes Steinwissen Ja Machen wir das mal Bestätigt Und hier Überleben Erhält maximal 20% mehr Wenn du Gegenstände benutzt Oder Langstrecken um 5% Oder Nahkampf 5% Machen wir mal Nahkampf Weil hier gibt es ganz viele Sachen Die hier danach kommen Dann müssen wir uns wahrscheinlich Auf eine Waffe entscheiden Die wir bevorzugt verwenden wollen Die Dolche fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht Vielleicht mache ich die Dolche Wir haben hier noch einen Punkt Bei denen hier So was machen wir denn jetzt nochmal Machen wir doch direkt die Dolche nochmal aufbessern Drei Treffer Kumpo Mit Dolch Okay So Dann gehen wir mal zum Auftragsbord Mal gucken mal ob wir noch einen Auftrag für heute erledigt bekommen Drei Treffer Dann gehen wir mal zum Auftragsbord Dann gehen wir mal zum Auftragsbord Dann gehen wir mal zum Auftragsbord Gummischläuche Gummischale Gummischale Zwei Sterne Was haben wir hier Hartwallstil Große Stangen Hartwallstock So ich glaube ich mach mal Die Hartwallstock Ding hier Zapplieren Na komm es ist Sonntag Ich kann wahrscheinlich immer noch nicht Mindestens zwei Sterne Mindestens zwei Sterne Wie kriege ich das? Ah ja So mal schauen So mal schauen Das kann ich einsammeln 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 Hier erstmal rauszuschlagen Wie viele waren es nochmal die wir herstellen sollen In einen Auftrag Dann würde ich nämlich erstmal die für den Auftrag machen Ach ne Wir haben Wir haben ja nicht die Forsten genommen Wir haben den Äh Holz Hartholzstock Jetzt Hier glaub ich zu machen Hartholzstock Hartholz Drei von vier Haben wir Und wir müssen nochmal Hartholz irgendwo Abbauen Aber wir können hier irgendwas machen Machen wir Trotzdem Machen wir mal Also Machen wir nicht irgendwo Hartholz rum Ah ist ne Kiste Also Dann Chor Ich Tschö Schraube Das ist Ich S Schraube Ich Ich Schraube Das war ein normaler Holzrest, kein Hartholz. Ich hab gar keine Lust auf den Kampf. Guck mal, hier tut eigentlich in das die Dingsstadt rein? Nee. Eine unsichtbare Mauer. Nehme mal diese unsichtbaren Wände. Das ist doch Hart... äh... ...Holzstücke, das ist doch das, was ich versucht habe. Hartholz. Da hab ich noch mal welche. Ich sollte etwa in den 96 Stunden streamen. Ich werde irgendwann zur Mittagszeit aufhören, auf jeden Fall. Ach nee, das ist... Von Baumstamm oder Wiederverwerter. Okay. Ich weiß, wir müssen den Wiederverwerter machen. Da haben wir einmal noch drin. Peine Holzschrott. Da brauchen wir feinen Holzschrott dafür. Okay. Äh, Warteprolle... Warteprolle ist voll. Wir haben noch einen Frischrott am Arbeiten. Ja. Wollte ich mal abbrechen, wie er das hier... Hm. Also wird erstmal der 120 Stunden streamen. Schon okay. Mhm. Keine Holzschrott brauche ich dafür. Ich glaube nicht, dass ich die auf dem Holzhaufen finde. Wie sieht denn feiner... Das ist normaler Holz... Holzreste. Holzschrott. Das ist alles normaler Holzschrott. Das ist alles normaler Holzschrott. Ich- Wir XD Das da aussieht oder ob das einfach nur holzreste zufalls bedingt ist wenn da feiner oder normaler holzschrott rauskommt ich kann auch hier nochmal die berge hier abbauen aber ich glaube da kommt kein holzschrott raus ich bin gut 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 Ich habe jetzt nicht gehofft, was wir für Schrott eingesammelt haben, aber ich meine, da war kein Holzschutz dabei. Erinnerung, Versammlung. Stimmt ja, die Versammlung war ja noch. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Beziehungsweise ich hätte sie vergessen. Wir wissen alle, dass die Hydrogel-Krise wirklich krass ist. Beruhigt euch, kommt schon, beruhigt euch. Wir wissen alle, dass die Hydrogel-Krise wirklich krass ist. Wir werden alle verhungern und sterben. Nein, nein, wir sind nicht. Schau dich, Cooper. Owen hat einen Plan gemacht. Und ich denke, es ist so gut wie jeder. Du solltest ihn hören. Owen? Nein, nein, wir werden nicht verrückt, ich, Cooper. Owen hat schon einen Plan ausgedacht. Und ich denke, er ist so gut wie jeder andere. Du solltest ihn anhören, Owen. Danke. Ahem, ahem. Last night I sat down with Miguel and the minister and did a rough inventory estimation of all the food we have in stock in and around Sandrock. It turns out, we actually have enough food. Probably. To last for a bit. But it's unevenly distributed. Get to the point, man. Hey man, we ain't got all day. Right, so we'll use my stage for us to do a dance-off. Where you need to donate some food to enter. And I have prizes. You lost me there, partner. What the what? What the what? I really don't see the reason to dance. When we're about to starve to death. What? 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 What Owen meant was since there are some of us who are more fortunate than others when it comes to food security. It is our responsibility to make sure society as a whole persevere through this difficult trial. Oh. Oh, it was good to hear. Oh. 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 We'll show our adversaries what Sandrock's generosity is all about, plus it'll give our builders enough time to do their business. Wir werden unseren Widersachen zeigen, was es mit Großzügigkeit von Sandrock auf sich hat. Außerdem haben unsere Handwerker dann genug Zeit, um ihre Arbeit zu erledigen. That made sense. Das ergab Sinn. Ich könnte versuchen, ein paar Konserven aus der alten Welt aufzutreiben, die man manchmal in den Ruinen sieht, äh, Konserven, die äh, wie alt sind, naja gut. Ich könnte etwas extra kochen. Ich könnte etwas mehr kochen. Meat, äh, better not to make people's lives any worse. Äh, ich, äh, ach, will das Leben der Leute nicht noch schlimmer machen. Buy gum is just crazy enough to work. Alright, Minister, you'll have your food drive. We'll be seeing y'all at the dance-off. Be there, be square. And by square, I mean... Äh, meine Güte, es ist gerade verrückt genug, um zu funktionieren. Also gut, Pastorin, du kriegst deine Essensaktion. Wir sehen uns dann alle beim Taz-Nettbewerb. Wer nicht kommt, verliert. Und mit verlieren meine ich... Yes, yes, it's wonderful to have you on board, dear Cooper. Now what about the rest of y'all? Can I count on the good people of Sandrock to come together and make the first ever Sandrock dance-off in Food Drive a resounding success? Yes? Yes, yes, it's wonderful to have you on board. Uh, yes, yes, yes. Na gut. Lieber Cooper. But what is with the rest of y'all? Can I trust you the good people of Sandrock to come together and make the first Sandrock dance-off in Food Drive a successful success? Spendial. I'll send more details via the mail. And with that, I declare this here Fireside meeting to be adjourned. Conserve water! See, what I meant by square was not necessarily the four-sided figure, we've all come to know and love, so on and so forth, et cetera, et cetera. What I meant by the loser was not necessarily the concept of the disadvantage, which is often in your life, et cetera. Na gut. So, I... Eh, water tank, no water more. Prima. Then we'll have water to fill. Let's see. Now we'll have a little foam. Uh, let's see. Okay. Um so, do you want to get it? Okay. How do you want to gather it? Oh, yes. Okay. sammeln. War das hier, wo man den Tau? Wasser. Ja. Herstellen, herstellen. Anpassen. So, haben wir ein bisschen mehr wieder. Hartholz haben wir. Okay. Dann können wir jetzt. Hartholzstock. Der Auftrag war vier Stück. Herstellen. Aber noch mehr. Hartholz. Haben wir noch Holzschrott? Ja, haben wir. Ein Holzschrott. Äh, ja. Von Baumstamm. Äh. Wie normal ist man härter. Muss viel durchgemacht werden. Wie groß. Äh. In größeren Bäumen enthalten. Das ist nicht. Also. Okay. hieß was ich abbauen wollte getrockneter buch buch besseres ok können wir gar nicht was haben wir da hinten noch ein totholz ding das abfahren totholz das hat noch mal hartholz gebracht prima ich möchte es nicht kämpfen ich möchte auch holz suchen ein paar pumierreste da ist noch totholz das ist totholz nicht genügend ausdauer ok da muss ich noch eins essen ok dann gehe ich jetzt wir haben schon nach mitternacht vielleicht doch erst heimgehen sollen naja dann halt jetzt leben wird schon beginnt ok so da haben wir den brief in der lebensmitstände wahrscheinlich und hier können wir noch mal entscheiden was wir bewerten ich weiß gar nicht was wir brauchen wenn wir das mal hier wieder hin automatisch aufbauen sich können wir erst mal ähm diese bücher hier die können wir auch erst mal raus und ähm und ähm wenn wir jetzt nehmen wir Tablet 2 ok machen wir das äh machen wir die mal raus die sammeln wir ab und zu mal ein und den einfachen Schaltkreis machen wir raus anstattdessen die beiden Bücher rein vielleicht machen wir noch eine kiste vielleicht machen wir noch eine kiste die sind die sind die sind da 21 ok dann herstellen auch bleiben ne 3 äh stunden ok pränzestangen was haben wir denn alles gebraucht gleich erstmal brief lesen von der kirche wir haben äh wir haben gestern abend bei unserer versammlung beschlossen den allerersten Sandrock-Transwertwerk auf dem Blue Moon äh Freilichtbühne in zwei tagen abzuhalten die Freilichtkeit wird um 14 Uhr beginnen ich bin eben das zum Anlass äh eine Lebensmittelspende für die von den Lebensmittelspenden betroffenen Bürger von Sandrock durchzuführen jedes Lebensmittelspende äh spendet kann am Tanzwelt wird wird sich um die Anmeldung kommen also sprecht sich mit ihm und wird Preise an die drei erstplatzierten Tanzwettbewerbs vergeben also übe den Tanzschritt wir werden uns sehen zurück ok haben wir dann hier Kupferplatte Bronzerohr 4 4 ok brauchen wir diese Bronzerohr waren es 4 und pro Bronzerohr 4 4 und pro Bronzerohr das Thema dann äh ja ich würde sagen dann gehen wir einmal mal ins Auftragsport und gucken mal was wir an Auftrag haben und dann gehen wir zu dem prüfen mal gucken ach ne wir haben ja noch einen Auftrag im wir sind ja noch dran an einem können wir keinen weiteren annehmen wir waren ja noch an dem Holz äh links Auftrag moin Keller Fritz und Navi geht's so was machen wir denn da haben wir noch einen Punkt woher hinlaufen äh und ja mir geht's auch gut mir geht's ich bin richtig begeistert hier von dem Spiel also ja also mir macht das unheimlich Spaß hier das Spiel das ist natürlich äh man muss halt die äh man muss halt ein bisschen mögen wie man äh die Art von Spiel also wenn man das Attainment Forscher nicht so der Fan war ist das vielleicht auch nicht das richtige aber wenn man das Attainment Forscher gemacht hat ok er will wieder jungführen und Mensch Teilzeitarbeit sicher äh er hätte äh ok ok dann mal gucken wieder wie viel haben wir denn eine Mission das müssen wir noch erledigen das müssen wir noch erledigen Feuchtigkeit das müssen wir noch erledigen feuchtigkeit das sind wir dran wir brauchen noch einmal von irgendwo dahin sehe ich doch schon welche liegen einmal Mist sammeln warum muss man die immer dreimal ansprechen äh riechst du das Ding hoch des Volkes bla 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 äh ja wir haben das Geld ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrung und bessere Beziehung ok ok dann gucken wir mal wie es mit uns ran ich glaube irgendwann müsste ich auch mal das Grundstück erweitern was ich habe weil das wird langsam eng wobei ich hier vorne noch was reichlich bauen kann für alle Ackerpommes Metall ohne Metall ach ja äh da fehlt irgendwas Brennstoff so äh ja das Hartholz haben wir dann können wir den Auftrag eigentlich abschließen äh Mission äh verfolgen dann gucken wir mal wo wir hin müssen da hinten müssen wir hin ja laufen wir nochmal schön über sein Essen ja wie geht's geht wie geht's geht wie geht's geht stetsicht vorhin Was könnte ich auch anderes erwarten, wenn es von jemandem wie hier kommt, bla bla, das ist das übliche. Da können wir einen neuen Auftrag annehmen. Gucken wir mal, was haben wir mit den Bronze Stangen, lieber, das wäre einfach, äh, Hardholz spielen, ich glaube, da mache ich lieber Bronze Stangen. Sollte kein Problem sein, 90. Gucken wir mal, ähm, ich dachte, wir hätten was gekauft für eine Bank, aber ich glaube, da brauchen wir noch den, oder ne, wir wollten das, wir hatten überlegt, das zu kaufen und haben es nicht gekauft. Aber wir sollten einen Werktisch aufpassen. Also, das, um einen verbesserten Werktisch können wir es herstellen. Ach ja. Werktisch aufpassen, aber ja auch noch was, was wir vorhatten. Der hat noch irgendwas. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay. 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 Deshalb finde ich an. Rechtpunktier Napetisch an. Ja, das. Das gelinksruct тут. Also solltest du in der Nacht davor deine Vitamine nehmen, um dich auszuräumen, Vitamin D nehme ich an. Aber D für Dens. Na gut. Hmm Hmm Weiß nicht, ob das was für mich wäre Okay Wie viel kostet das In den Gatschverwaltern Stufe 2 für 1000 Maximal ja wie viel habe ich denn sehe ich das hier momentan machen wir mal etwas mehr platz ich liebe diese steuerung hier nicht wirklich abliegen aufnehmen ich mache es gerade hier mal ich glaube ich sehe gerade nicht ob es richtig oder verkehrt drum ist ich platziere es einfach mal ja ist richtig kann ich das aufnehmen während es arbeitet anscheinend ich glaube dann ist die arbeit nicht blockiert natürlich ich weiß wenn ich das jetzt sage hältst du es als nächstes eine gute idee und hallo wie geht es dir ja mir geht es gut und ich habe entspannt einen drückentag ja ich habe freitags immer frei aber ja drückentag denke ich habe viele so da will ich ihn haben ablegen mal gucken ob immer noch der ist okay es steckt diesmal nicht im zaun der es einsammeln ich würde gerne da hinten hin platzieren das sieht doch mal so da haben wir ein bisschen mehr platz das sieht jetzt nicht mehr so eng aus wie davor ich kann mir wahrscheinlich hier ein paar arbeit das machen kopferplatten wir brauchen kupferwaren die können wir hier dann machen wir hier auch mal reinschauen ja freut mich auf jeden fall aber die und ja tick trick und okay genau ja ja gut gerade hänge ich beim minecraft bist du wieder an dem dings an dem baumhaus oder spielst du dann noch weiter oder hast du das inzwischen abgeschlossen ja was wollte ich machen ja nun ich wollte überlegen ob ich noch irgendwas in auftrag geht was brauche ich denn große rohre hatte ich glaube gerade hergestellt die müsste ich mal verbauen können große rohre kupferplatten haben wir vier äh fünf von acht äh was brauchen wir noch gummischläuche vier von sechs okay gummischläuche wo kann man die denn herstellen ja ich kann auch in dem dings im buch gucken ist wahrscheinlich einfacher das ist das ding gummischläuche anleitung benötigt wiederverwerter aber wir brauchen eine anleitung noch ich habe aktuell die jahre wieder und hänge darin rum die welt mit dem baumhaus existiert aber ja wieso hängen minecraft hin und nicht stehen und lau stehen und lau stehen und lau ja kupferplatten war das wo ich kann ich auf jeden fall schon mal herstellen die eine aber wir brauchen noch ressourcen weiter tiki land tiki land war das bei äh oder habe ich tiki farm gedacht das ist tigas bergtos hier ich würde sagen wir gehen aber jetzt noch mal gucken und sie holen uns auch das für den ich schläuche so einmal land ans gilt dann die schläuche wollten haben bestätigen hat sich das bei dings bei wie hatte ich das farm gelände bei 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 starty rally genannt hatte ich das tiki land genannt oder hatte ich das tiki farm irgendwas genannt ich weiß gerade nicht tiki aber tiki ist weg ich bin die werkstatt auch immer name gummischläuche kann ich jetzt herstellen ok habe ich sogar genug ressourcen herstellen okay dann haben wir das dass das alles in arbeit hier war auch noch die frage was ich jetzt noch für dieses upgrade brauche hartholzstock die habe ich natürlich jetzt alle weggegeben müssen wir noch mal hartholz sammeln opferdraht dann muss ich die herstellung noch holen und das andere marmorblattes ich glaube das sehe ich erst mal niedriger 21 uhr ich gehe trotzdem schlafen habe jetzt kein dann sind nämlich möglicherweise die sachen hatte ich gut dass sie ja auch nicht unwichtig das land kupfer mal gucken was wir alles an kupferstangen haben wir ok das haben wir woher wollte ich noch mal die kupferstangen haben die schläuche haben wir dann würde ich sagen erstmal kupferplatten wollte ich glaube ich damit herstellen gummi schläuche haben wir alle erst mal gucken was die post sagt ein zivilen lieber tiki ich wollte dich nur wissen lassen dass unsere auftrage in beide richtungen gehen können das stimmt du kannst uns bei der zivilen truppe damit beauftragt ab und zu ein bisschen für dich zu tauchen wir können etwas von dem was du brauchst ab holen wenn wir auf patrouille sind und es dir schicken unsere auftragstafel ist im büro der zivilen truppe kommt vorbei wenn du was uns brauchst ok kupferplatten wollten noch herstellen das waren die hier ne da waren kupferrohre kupferplatten hier wir haben wir brauchen zwei und haben nur links für eine ok aber die geben wir schon mal in auftrag dann kupferärzt haben wir auch noch genug da können wir mal machen wir mal hier machen wir mal hier so wer arbeitet wer arbeitet dort ja ich Freitag ist mein freier Tag ich glaub mal nicht ich so äh dann ja dann gehen wir mal rüber ins ach da ist jetzt ein symbol zu spenden und in dieser spenden ach ok da können wir spenden da können wir nachher mal spenden ja ich bin übel witzig ich mag wenn ich den knoten bei tiki tiki ja ach da fällt mir ein ich wollte ja noch die dings belohnung einrichten die bartflechten belohnung warte mal das kann ich grad machen wenn ihr so was wollte ich machen ich wollte hier doch nicht wollte hier doch nichts waren ich wollte an das bord gehen ach nee ich hatte ja ich hatte ja schon was wieder ich bin wieder bin wieder im kopf bin ich wieder komplett bei einer anderen mission äh habe ich den einen auftrag schon wieder komplett vergessen was war das nochmal wir wollten missionen aufträge für zentrocks noch bronze stangen jetzt haben wir natürlich kupfer in auftrag gegeben aber ja dann muss das wohl noch warten ja fünf stunden oder minuten je nachdem wenn man zeit rechnet und wir haben kein wasser mehr ich würde sagen wasser gehen wir brauchen wasser hier ist die eine mangelware in dem spiel wasser welt auch noch mal wasser mit 52 na gut feuer ist es aber ja äh kaufen wir gleich fünf oder w Das ist umgekehrt. das ist ja so lieb nur geht es zu gütig ja 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 so jetzt wollte ich aber mal gucken ich schon dabei sind hatte ich doch drüber nachgedacht jetzt weit wird mal den einen wachflächten belohnung hinzufügen damit auch mal wieder eine belohnung hat die sich ein bisschen so dann gehe ich mal auf kanal nicht kanal ich meine wo kann man denn das einstellen dann mache ich das grad dann kann ich nicht vergessen und ich kann währenddessen ein bisschen das war bei zuschauer belohnung kanalpunkte belohnung und herausforderungen dann neue belohnung hinzufügen wie viele punkte würde ich denn dafür einstellen mhm 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 alsf mhm das kann von mir aus ein bisschen häufiger sein mhm 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 h mhm mhm jetzt haben wir eine neue Belohnung. So, dann machen wir weiter. Interagieren. Aha, was wollte ich? Kopferplatten. Was war ich jetzt am machen? Wasser nachvollziehen wollte ich. Wo haben wir es? Interagieren hier. Ach, wir haben auch noch reichlich Wasser da. Okay. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Bestätigt. Dann haben wir wieder volle Wassertanks. Ich bin wirklich heiß, dass ich muss neuen Wasser. Alles dafür, dass gut geht, okay. Riesenpizza und Kaltbänke und Süßigkeiten. Ganz wichtig sind die Süßigkeiten. Etwas anders. Okay. So. Was machen wir denn jetzt noch an dem Tag? Missionen. Den können wir erst abarbeiten, wenn wir in der Mine fahren. Äh, wenn wir Dings, äh, wenn der abgearbeitet ist. Die Auftrag für den haben wir nichts mehr auf der Karte, wo irgendjemand noch was will. Dann können wir in die Mine gehen. Wir haben 15 Uhr. Ja, okay. Können noch in die Mine gehen. Die Ticket kaufen. Ja. So, wir drehen wir einmal die Mine. Ich glaube, hier sollte ich nicht mehr einfach runterarbeiten. genau da habe ich nämlich einen schnelleren weg nach unten wo geht es weiter runter da drüben f-scanner scanner sehe ich keinen ausgang ich habe einfach hier mal runter hier ein boden kommt ja hier kommt boden oder ich gehe hier noch mal oben ab hier irgendwo ein ausgang das ist der herkram wenn dann müsste weiter runter gehen ich muss zumindest aus dass jeder da sieht es doch ein ausgang da sieht es aus das wird nicht eben gekommen mein konto ja ich glaube kanalpunkte kann man auch nicht so einfach vergeben die schokolade macht glücklich ja schokolade ist gut nehme ich auch dankeschön ich war auch warte mal ich habe auch noch die comments die habe ich ewig nicht mehr verwendet kann ich hier war das eis gucken ob der comment noch richtig ist ja gut für schoko habe ich noch kein eis obwohl für heiße schokolade habe ich weiß aber das ist nicht das die schokolade die du meinst ich habe doch meinen spaß ich sehe hier nichts aussah und ach da ist ein ausgang und da ist noch etwas anderes ich glaube dann war ich hier jetzt mal runter das ist immer noch die habe ich dann da ist er noch und da geht es noch mal weiter runter und da ist der nächste ausgang und noch weiter runter frag mich wie diese gebäude hier so schräg in der erde sind das muss ja heißen dass das gebäude erst umgekippt ist und dann mit sand über aber dann auch immer nur so etagenweise euch mal alle mal okay vielen dank fürs knuddeln ich glaube hatte ich nicht auch noch einen hack-comment ich weiß es nicht irgendwo habe ich meine commentlist auch da geht es weiter so äh dann wie spät haben wir es denn ach wir haben auch schon viel spät ich habe völlig die zeit vergessen ruine verlassen ruine verlassen bestätigen vor drei uhr müssen wir im bett sein vor nuller sollten wir eigentlich im bett sein damit wir völlig erholt sind aber vor drei uhr sollten wir spätestens im bett sein ansonsten fallen wir glaube ich einfach so um ruine verlassen ruine verlassen So, kann sich jeder mal knudselt fühlen. Ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt alles haben. Ich hätte natürlich noch mal die Stationen hier vorher kontrolliert, aber die Kupfer sind auch noch nicht fertig. Verschrotz noch. Wir haben nicht genügend Kupfer, das war immer noch so. Beziehungsweise, wir können hier schon mal einsammeln. Hier haben wir welches. Hier haben wir welches, da haben wir möglicherweise schon genug wieder. Herstellen. Wir müssen das gleich haben. Ach, ich weiß, was ich nochmal machen wollte. Möbel. Eins herstellen. Nicht interagieren, ich wollte es platzieren. Äh, aber andersherum. Ansonsten öfters nach die falsche Richtung, wie man sieht, aufnehmen. Das kann ich mir wieder ein paar Sachen hier raustun. Bei Nahrung könnte ich mal überlegen, was ich spenden will. Kunststück 3, Kunststück 2 haben wir. Ich frage mich gerade, wo ich die ganzen sortieren. Ob ich die nicht in einer Kiste sammle. DNS-Modell Teil 1. DNS-Modelle habe ich glaube ich in der anderen Kiste wohl schon was. Dann tue ich das hier rüber. Hier. Auch die Lurker. Äh, äh. Sortieren, ja. Das Sortieren. Äh, dann einmal hier. Da habe ich die Bücher und da habe ich Relikte. Dann tue ich die mal. Die Bücher hier mal hin. Und die auch mal hier hin. Sortieren. Das Essen werde ich gleich mal spenden, denke ich. Das hier nochmal. Gelber Lavender. Auffüllen nochmal drücken. Wenn wir schon hier sind. Sortieren. Äh. Automatisch auffüllen. Sortieren. Und. Und. Okay. Das war kein. Nur gerade durch. Da war kein Relikt da drunter. Dann ruhig hier mal. Dann ruhig hier mal. Die Sachen rein. Das Buch. Suche. Und. Dann. Hier nochmal sortieren. Ach. Das ist Zutat. Okay. Das gilt als Zutat. Nicht als Essen. Ja. Ohne Sandbeeren. Und hier Medizin. Haben wir irgendwo noch hergekriegt. Äh. Naja. Ich. Bzw. ich weiß wo wir sie hergekriegt haben. Ob ich sie verwende. Hier müssen wir auch mal mit dem Staubwedel. Mal. Wie geht das eigentlich. Ich muss gerade sagen. Mit dem Staubwedel müssen wir eigentlich mal. Habe ich hier nicht hingetan. Da hat das glaube ich nicht. Ne. Ja. Tue ich die mal rüber. Äh. Ja. Inventar. Machen wir die mal auf 5. Ah. So. Na. Komm weg damit. Und der hat keinen Treibstoff mehr. Sollten wir das erstmal nachfüllen. Ja. Hier. Hier. Hier brauchen wir eine gewalt. Äh. Äh. Ausflippererfahrung. Um hier. Alles auf. Alles hüpp zu machen. Ja. So. Jetzt sehe ich keinen. Keinen Staub mehr rumliegen. Auf. 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 und wir hier ausdauer wieder herstellung durch essen okay und wir haben hier werkstatt maximal der werte durch möbel um 10 machen wir das aber bisher bin ich noch nicht in die möbelproduktion groß eingestiegen aber ich denke das ist nee das haben wir ja schon preise für die freistaltung rucksacks vielleicht um fünf prozent senken wachstum von feldfrüchten wird um zehn prozent erhöht bestätigen bestätigt okay hier neues das müssen wir noch bauen viele schritte und viel erz was wir brauchen wir haben auch viel kuppelerz noch da also einmal zusammensetzen ausbringen und mal hier herstellen auch eine anleitung dafür wir brauchen vor allem die anleitung in der handelsgelde wollen wir uns die anleitung dafür ja holen wir uns erstmal die anleitung dafür können wir sowieso noch mal gucken ob wir einen auftrag annehmen und wir können wohl wieder bei der ranch mist sammeln sammeln scheint so ein sauer auftrag zu sein die wir immer ledigen können wir hatten ja die große dinge die wir nicht macht haben weil wir kuper erst mal höhere prävisiert hatten haben wir gar kein warmes in damen was bestätigen das brauchen wir später auch noch das weiß ich schon für das update also gab es schon mal das nicht so teuer ok das hier brauchen wir ok dann gehen wir wieder raus dann gehen wir weiter ein bisschen gucken was haben wir links hier unten gucken brauchen wir die um schleife ok schleife arbeiter schleife dann kupferzahnrad herstellen auch wenn hier von noch irgendwas weiß jetzt natürlich was kommt wieder verwerter haben wir können wir jetzt den was kann man was war arbeiten wir jetzt äh gerade einen überblick was wovon wir am wenigsten haben ich glaube fungischrott wird wahrscheinlich oder holzschrott dann machen wir mal holzschrott was brauchen wir denn außer den links noch kuperrohre kuperrohre brauchen wir natürlich auch in der einen station machen oder waren die hier kuperrohre kuperrohre leder kuperstangen 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 können wir machen motor wo kriegt man motor her muss ich gucken aus auf jeden fall dort produzieren wir schon kuperstangen äh kuperstangen kuperstag oder kuperstab ich verwechsel immer das war kuperstangen diebei wir brauchen ja kuperstangen ja das heißt wir müssen hier sowieso die einsammeln und dann haben wir es möglicherweise auch schon Kupferstangen 8 ok brauchen noch 2 die Frage ist, machen wir erst den Auftrag hier mit 9 brauchen wir noch 3 ja, dann würde ich sagen mal kurz auf der Karte, wo der eine Auftrag ist weil ich habe jetzt, er ist wieder auf der Range da habe ich gerade keine Lust drauf dann gehen wir gleich in die Mine mal in die Ruinen rufen, kein Kraftstoff mehr das ist natürlich schlecht äh, will ich jetzt nochmal zurückgehen? ich gehe erst in die Mine hätte ich da drauf vorangeachtet sieben treten hier geht es aber tief runter und es gibt Fallschaden ich dachte, es gibt keinen aber der ist sehr decent äh, F irgendwas hier können wir durchgehen hier können wir durchgehen da ist unten ist irgendwas nein, hier ist auch der Boden also es geht nicht sehr weit runter hier geht es weiter äh das sind zwei Sachen und auch Co Ach. So. Geht's ja mal weiter. Da oben vielleicht. Da unten ist auch der nächste. Ja. 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 Oh Die Uhrzeit sollte ich wieder achten drauf Nicht, dass wir wieder viel zur Zeit vergessen Hier in den Minen vergisst man schnell, wenn Nacht wird Also in den Ruinen Wir haben mal 21 Uhr Ja Dann sollten wir eigentlich auch gleich raus Und ich wollte noch Essen spenden an dem Tag Na gut Ja 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 So, ich wollte einmal hier durchgehen, haben wir hier noch Nahrung drin, was haben wir noch drin. Erstmal auffüllen. Ich wollte ihn einfach nur irgendwo. Die hier rein. Wir können die auch mal wieder weg tun, die Lampen. Eigentlich tut das mal hier hin und tut das da rein dafür. So, dann... Gehen wir mal Nahrung spenden. Habe ich verpasst? Anscheinend. Anscheinend ein schlechter Bürger. Ich bin ein Bürger, der viel zu stark mit seinen Arbeiten beschäftigt ist. Ich bin ein Bürger. ok was haben wir hier Forschungszentrum ok da haben wir wieder eine neue Sache was wir bauen können ok das sollt ihr auffüllen machen wir nochmal Gruppershot rein herstellen 2 brauchen wir das heißt wir brauchen noch mehr Zahnräder nochmal 2 oder ne habe ich es jetzt verzählt wir brauchen vielleicht rausgekriegen 2 genau Platten, äh, nee, brauchen wir nicht. Ne, da brauchen wir noch, da brauchen wir noch Salz. Wie viel brauchen wir? Fünf Stück. Zwei, drei haben wir schon, das heißt, wir brauchen zwei Salz. Musik 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 Ich glaube, hier wollen wir ein Salz kaufen. Keine Sorge, ich verhalte es für dich hier, dann habe ich hier was anderes. Ach, ich habe kein Geld mehr. So muss ich mal was verkaufen, wenn ich jetzt kein Geld mehr habe oder Aufleger habe. Wieso habe ich kein Geld mehr? Sechs brauche ich, also ich brauche nur zwei Geld mehr. Verkaufen, verkaufen wir mal ein Holzbrett. Ich hätte vorhin so viel Wasser gekauft. Ah, moin Papa Technik, wie geht es dir denn? Zwei Stück kaufen, das reicht. Und ich bin Bankort wieder. Ich muss mir wirklich was überlegen, was ich hier verkaufen kann in dem Spiel. Was ich gut herstellen kann und was ich dann gut verkaufen kann, um Geld zu kriegen. Äh, der Gruppe ist bloß fertig, die Anräder auch. Äh, ja. Er braucht das schon, mein ich bin bloß fertig und der Gruppe zusammen hat es auch bloß fertig. Verkauf das Spiel? Verkauf das Spiel? Ach, ne. Leder kann ich jetzt herstellen. Zwei Stück. Dann ist hier schon mal das Leder fertig. So. Äh, ja. Ja, Leder. Kupperstangen. Mal gucken, was wir hier schon haben. Zwei Kupperstangen reicht noch lange nicht. Okay, die Zahnräder haben wir fertig. Dann können wir die... Ne, da fehlen uns auch noch Bronze. Muss ich gleich noch mehr Bronze in Auftrag geben, weil... Hier wird uns auch noch Bronze. Die hatte ich gar nicht gedacht. Jetzt haben wir die... Hier haben wir Bronze-Ding. Jetzt fehlt uns auch noch die Kuppe. Und der Motor. Kuppe Rohr. Kuppe... Kuppe... Jede Menge Kuppe, Felix. Äh, und wir brauchen... mehr Bronze. Acht Stück mindestens. Zwölf Stunden. Braucht das. Okay. Mir geht's auch gut. So, ich wollte jetzt... Ne, was wollte ich machen? Ich wollte... An sich wollte ich das Bronze ausnehmen, um den... Äh, die Mission da abzuschließen, aber das hat... Wollte meinen... Habe ich gerade eben mal aus meinem Inventar die Dings entfernt? Ja, aus meiner Schnelldriftleiste. Anscheinend. Okay, dann gehen wir mal zum... zum Forschungszentrum. So, gehen wir da rein. Oh, der ist wieder nicht da. Ach, der ist hier oben. Und ist gerade. Hm. Ich bin der einzige Forschungszentrum, die hier in Stanrock ist. Das ist okay, doch. Ich bin mehr als adäquat, in meiner Meinung nach. Bisschen Smalltalk und dann forschen. Äh, was dann erforschen als nächstes? Äh, erste Rappenrie nochmal. Drei Tage. Okay. Und dann... Ach, ich wollte mal gucken. Dings im Handbuch. Bei dem hier. Motor. Hörnnen ausgegraben oder im Pöldernlost, äh, in Pöldernlost, äh, in Pöldernlost die... Drei Motor. Drei. 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 das Hydrogel, obwohl es zeitkritisch linkt, ist weniger zeitkritisch, also in Auftrag zu betreten. Da geht's runter. Das fliegt da, so wie ich das kann. Na. Ja, hier ist ein Superfest am Boden, also muss ich wahrscheinlich erst mal hier runter Ok, da gehts noch weiter runter Hmhmhm Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Einen Motor. Haben wir schon mal einen. Einen Motor. So, hier geht's weiter? Ne, hier ist Boden Wo geht's denn hier weiter? Und auch Boden Ich sehe auf dem Scanner auch keinen Ausgang Ich sehe auf dem Scanner Ich habe auch keine Reaktion Da oben ist irgendwas Da ist ein Gelegt Da komme ich da hoch Ja, ich sehe mich nicht Ja, aus wie ein Barschurschacht Ach, da ist eine Truhe Ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem, es geht nicht hier weiter Muss ich hier irgendwo weiter gehen Aber wo? Ach, da hinten ist noch ein Ausgang Den habe ich nicht gesehen Ach ne, das ist aber auch eine rote Tür Okay, machen wir unsere Ausdauers Und wir sind auch schon wieder viel zu lang drin So, Ruine verlassen Steht nicht Steht nicht Steht nicht Steht nicht Ich gebe mir Schlafen bestätigt. Ich würde sagen, dann gucke ich aber auch mal, wer gerade online ist und rate irgendjemanden, weil ich denke, ich werde mal Mittagspause machen und dann ein bisschen was, äh, vielleicht dann heute Abend nochmal streamen, aber ich werde dann erstmal auch ein paar Stunden nicht streben. Wer ist denn online? Ach, den Dingschen. Den breite ich mal. So, dann würde ich mich gleich, äh, ja. Da abschiehle ich mich schon mal, vielleicht dann bis heute Abend oder die Tage werde ich auf jeden Fall nochmal was fliegen. Also, dann einen schönen Freitag. Vielen Dank. Vielen Dank.